Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem erneuten Livestream hier auf dem Kanal, Leute. Ich hoffe, ihr seid ready und habt Bock drauf, Leute. Nämlich heute werden wir das große Finale spielen, Leute. Die große Finale Heist-Mission in GTA 5. Also ich hoffe, wir kommen heute zum Finale, aber ich gehe mal stark davon aus, Leute. Wir werden heute El Rubio mal zeigen, wo der Rubio hängt, würde ich mal sagen. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Erster Day of the Lockdown. Ihr wart alle zu Hause. Was habt ihr gemacht? Nix wahrscheinlich. Ganzes Tag nur gechillt. Schade, Freunde. Ich bin hyped heute. Ich bin echt gespannt, wie die... Ihr habt seit 8 Uhr 8 Stunden Online-Unterricht. Oha, diese Zeiten, Bro. Stimmt, ihr habt ja Online-Unterricht. Ja, moin. Dann ist natürlich, ja, nicht so geil. Aber ich bin gehypt, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich bin gespannt, was heute bei der letzten Mission passieren wird. Ich würde sagen, Leute, wir gehen auch direkt rein. Ich will eigentlich gar nicht lange rumsappeln. Ich will eigentlich direkt rein in GTA reingehen und mal gucken, was da abgeht. So, Kinder. Da sind wir. Der General ist wieder am Start. Ja, ja, ja. Mit dem neuen Militärgewehr. Ich muss sagen, ganz nice, ne? Aber ich weiß noch nicht. So, wir gucken mal kurz rein. Wir haben uns ja gestern eigentlich soweit alles geholt, ne? Wir haben unser Dings geholt, unser U-Boot uns geholt. Dann haben wir uns den Tinky Winky geholt. Den hatten wir uns noch nicht geholt. Also, den hatten wir auch noch nicht geholt. Sollen wir mal uns hier den Toreador holen, Leute? Den sind wir auch schon geflogen, Leute. Damit machen wir die Heismission. Ah, der hat doch zwei Platz, lol. Ich dachte, das ist ein Flugzeug für nur jemand einzeln. Ah. Komm, wir holen mal hier unseren Toreador. Ich weiß, die King, du hast ihn wahrscheinlich schon geholt, ne? Dann geht der raus. Kauf alles. Wir können alles kaufen. Das Ding ist ja, wir haben ja schon alles gekauft. Es gibt ja nichts Neues mehr. Wir können auch gleich mal zum Casino fahren. Mal gucken, was da abgeht. Ich weiß noch, nur noch wann ist der Casino-Typ, der Mechaniker uns das liefert. Bald hast du kein Geld mehr. Na, Bro. Komm, wie viel Geld du noch hast. Vier Millionen sind das. Das ist die... Die Zahl kannst du noch nicht mal lesen. Da sind wir noch Rentner. Also, jetzt müssen wir mal warten, bis hier der Mechaniker hier kommt. Ich bin mal gespannt. Wir müssen gleich noch freuen. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht gerade alleine machen. Oh, jetzt kommen wir auf die Cops. Wir müssen ja noch einige Vorbereitungsmissionen machen. Das könnten wir theoretisch auch alleine machen. Da bräuchten wir die anderen dafür nicht. Ich sag euch ehrlich, was sollen wir machen, Freunde? Sollen wir die Heiß-Pission direkt weitermachen? Oder sollen wir wirklich... ...alles erst fertig machen und dann geht's weiter? Mir ist das eigentlich egal. Ich glaub, erst alles fertig machen, oder? Das wär wahrscheinlich das Beste. Wo ist jetzt der Mechaniker hier? Komm rein hier in die Olga. Heute wieder die Lost Boys am Start. Ey, das lief doch gestern gut. Was ist das für ein Quatsch hier? Da ist er, oder? Abfahrt, Leute. Liefer mir die Kirre. 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 Was ist Kirre? Ich bin Kirre. So, wo ist das Ding hier? Komm. Ey, wird schon wieder Nacht in GTA. So, Freunde. Hier ist er. Ey, das ist... Nee, den wollte ich ja gar nicht haben. Schmutz-Ding. Ich wollte meinen haben. Wo ist der? Ey, jetzt kann ich den Mechaniker nicht anrufen, ne? Scheiße, das ist doch Kacke. Der ist noch gar nicht geliefert. Nee, der ist noch gar nicht geliefert, das Ding. Ja. Doch, jetzt ist er geliefert. Lol. Sie waren zu früh gewesen. Soll ich Meilin auch ein Auto kaufen? Ja, machen wir, Leute. So, hier ist er. Anfrage in einer Minute sechs möglich. Ich glaube, ich drehe durch. Ja, Meilin, wir haben heute auch ein Auto kaufen, Leute. Welches Auto sollen wir Meilin kaufen? Welches sollen wir ihr holen? Fahren die Kopf an mir weiter vorbei? Ja, die fahren vorbei. Die sind dumm. Guck mal, die sehen mich nicht. Ah, doch, die sehen mich so. Mensch nicht gesehen. Scheiße. Ich werde gleich auch mal in den neuen Club reingehen. Beim Casino. Da waren wir nämlich gestern auch noch nicht drin gewesen. So, auf Wiedersehen. Warte mal, überfahre mich mal kurz. Danke. Weitermachen. Ja, ich meine auch, Jonas, ne? Erst fertig machen und dann weiter, ja. Ey, Bruder, das geht. Erst auf 100% alles durchspielen. Kauf dir für die finale Mission Snacks und Panzerung. Ist die schwer oder was? Was sagt die so vom Schwierigkeitsgrad von der letzten Mission, von der finalen Mission? Hart oder hart? Ich bin gespannt. Ey, warum geht der Peach nicht ran? Ey, der Mechaniker, ich bezahle ihn jahrelang für nix. Der Typ macht nix. Danke. Oh, liefert die Kiste. Leute, ich hab' ne Idee. Wartet mal. Wir werden... Äh, Maylin ein Auto kaufen und werden das dann iCrymax übergeben. Was haltet ihr davon? Das wär's doch. So, hier ist er, Leute. Ungetuned. Der... Toredo. Torerador. Viele werden sich jetzt denken, was ist das für eine Jockelkarre. Aber... Das Auto sieht eigentlich nix special aus. Hat aber erstmal hier, ihr seht, Maschinengewehr. Und pass mal auf, was man damit machen kann. Man kann damit nämlich fliegen! Ich hab' euch verarscht. Man kann damit im Wasser fahren. Wie geil ist das denn bitte? Könnt ihr mir das mal sagen? Könnt ihr das mal an? Guck mal hier. Während der Fahrt. Das ist schon... Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr cooles Ding. Das ist ein richtig cooles Auto. Ey, Leute, damit werden wir jetzt richtig gleich ins Wasser reinfahren. Ja, Esju hat 500.000 Abonnenten geknackt, Leute. Gönne ich ihn natürlich nicht, Kappi. Einfach 500 Kavos. Aus dem Weg hier. Ja, bei Tuning-Duell ziehe ich Max ja eh ab, Bro. Da weiß er, wie das ist, Jonas. Da hat er gar keine Chance. Ey, Rubio wird heute auf jeden Fall hochgenommen, Leute. Die Insel wird sich heute angeeignet. Ich bin gehypt. Ey, das Auto ist aber gar nicht so langsam. Oder? Ja, James Bonds, pass mal auf. Ich mache jetzt bei Höchstgeschwindigkeit. Pink und Herzchen, ja. Stimmt. Guck mal, ich mache jetzt bei Höchstgeschwindigkeit, Leute. Wir wären jetzt zum U-Boot. Passt auf. Wartet. Wartet. Auf gerader Strecke müssen wir das machen. Und jetzt. Wie schlecht das ist. Ey, das ist voll lustig. Guck mal, die Reifen bewegen sich kurzzeitig nicht. Du kannst es einfach während der Fahrt machen. Das ist schon lustig. Die hat schon Style, oder? Bist du schon live, Philipp? Ich bin live, ja. Ah, okay. 18 Uhr wollten wir beginnen, oder? Oder wann haben wir gesagt? Wir wollten 18 Uhr beginnen, ja. Okay, alles klar, perfekt. Du bist ja auch 18 Uhr da, oder was? Ich bin jetzt da, Digga. Ja, weil wir müssen für Mylin noch ein Auto kaufen, ne? Ach so, dann macht erst mal das... Okay, das heißt, wie lange braucht ihr? Nee, ich wollte das ja mit dir zusammen machen. Für Mylin, für Max' Freunde wollte ich ihnen ein Auto schenken. Überraschen, weißt du? Können wir gerne machen, wenn wir seine Freunde überraschen werden. Ja, weil Max, der schenkt auch immer bei Fortnite und so ihr Skins und so, weißt du? Und dann wollte ich ihm jetzt ein Auto schenken im GTA. Das ist doch eine coole Idee, oder? Was hältst du davon? Würdest du dich darüber freuen, oder? Ja, also der Max schenkt ihr alles mittlerweile. Ja, deswegen. Digga, jeden Stream kauft er extra Skins für sie und so. Digga, das ist schon krank. Dann müssen wir uns ein Auto zusammen auswählen, aussuchen, dann tunen wir das, dann schenken wir. Wir machen das quasi für Mylin. Ich finde, wir sollten... Du kannst mal deinen YouTube-Kanal schenken für sie. Vielleicht. Nee. Ist das zu viel? Das wäre too much, Bro. Okay. Na, komm mal online. Warst du am Pennen, oder was hast du gemacht? Nee, ich habe eine Serie geguckt. Warst du geguckt? Suits gucke ich sozusagen. Und ist gut? Tatsächlich, ja. Digga, hast du gesehen, wo Bitcoin gerade ist? Bei 20.000 noch was, Dollar. Ja, 20.800, Digga. Ich wollte letztes Jahr... Ich hätte gerne gewollt. Tja. Aber bei 3,8. Guck mal, einfach fair. Digga, du lagst, Bro. Okay. Einfach schade. Ja, bis gleich, tschüss. Es juckt hier hinten, Alter. Ich muss mich mal wieder waschen, Kapi. So, Leute, Frontstoßstange. Aha. 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 Aha, das sieht ja richtig... Also, da sieht man ja einfach maximal gar keinen Unterschied. Das ist ja natürlich wieder... Menschlich gesehen ist das einfach scheiße. Ich nehme jetzt einfach die, weil man da einfach gar keinen Unterschied sieht. Also, das ist Tuning mäßig. Kann er mich gerade noch nicht abholen. Ne. Xenon kann er haben, ja. Frontpack hier, alles cool. Neon Kids. Oh, er hat ein paar Designs noch drauf. Okay. Okay, okay, okay. Ja, gucken wir gleich mal. Lüftungsschlitze. Oha. Aha. Oha, die kann man auch zumachen. Sieht auch nicht schlecht aus. Das erinnere ich mich irgendwie jetzt so ein bisschen an so ein Lamborghini. So ein bisschen, ne? Oder? Ne. So einen alten. Coontouch oder so, weißt du? Ah. Ich finde das nicht schlecht, sag ich ehrlich. Hier so hinten ein bisschen... Ah, ihr wisst, ne? Markierung. Sonnenblenden. Dann machen wir auch Sekundärfarbe. Vielleicht können wir hier eine coole Farbkombination... Ja, okay. Der GT-Spoiler ist nicht schlecht. Bro, ich sag dir ehrlich, schau dir den GT-Spoiler rein. Der sieht schon frech aus. Macht schon was. Aber das Auto gefällt mir irgendwie vom Aussehen her nicht ganz so gut. Gefällt mir, gucken wir gleich. Limousine. Und jetzt gucken wir erstmal, was war hier für eine nice Farbe nehmen. Oder wir gucken erstmal bei die Designs rein. Ja, okay, sehen wir gleich einen Unterschied. Okay, classy. Ja, das ist auch so classy ein bisschen hier, so mit dem Schwarz. Ja. 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 Wie eine Maya Ehre für den Zap. Ey, das finde ich gar nicht schlecht hier. Da könnte man eine gute Combination machen. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Hat irgendwie was. Ich gucke mal kurz bei der Lackierung. Ach so, das ist die Farbe. Ja, ich finde das macht wenigstens aus dem Auto noch so ein... Ja, holt noch ein bisschen was raus, oder? Finde ich die Tarnung. Was könnte man denn da nehmen? Na, ich glaube ich mache das in Strohbraun. Strohbraun. Max ist Stroh doof und das Auto ist Strohbraun. Ja, warum nicht? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Hier mit den Weinrot-Akzenten noch. Ja, warum nicht, Leute? Warum nicht? Ich finde, da haben wir eine Babacarri hier schon geholt. Ausstattungshapen brauchen wir nicht. Reifen brauchen wir noch. Ne, in Weiß finde ich nicht geil. Weiß ist zu langweilig. Boah, hier noch so fette Felgen rauf. Oh. Boah, die sehen auch geil aus, ne? Boah, das würde sogar... Das würde sogar richtig passen, finde ich. So von den Mustern her so, weißt du? Ich glaube, ich nehme die. Die und dann in Stein Silber. Das ist es, Leute. Also da soll mir mal einer hier was nachmachen. Das ist einfach wieder... Man merkt einfach... Nee, das ist too much. Man merkt einfach wieder, wer der Tuning-Gott ist. Das ist wirklich so, Leute. Nein, das ist nicht für MyLine, Leute. Das ist gerade für mich das Auto. Für MyLine das Auto, das Tune war nachher. Wenn Skrullus da ist. Oha. Sieht schon babamäßig aus, oder? Was sagt ihr? Schöner Wagen, oder? Finde ich, Tuning-mäßig. Oha, was ist denn hier hinten drin? Guck mal, hier. Das ist einfach Feuer. Warum ist da Feuer? So, Leute. Seid ihr mal bereit? Wir werden jetzt damit das testen. Wie das Auto im Wasser fährt. Aber ich muss sagen. Schönes. Nebelschein werfen natürlich an. Ist in Ordnung, oder? Ich sag ehrlich, wir haben das Beste aus der Karre rausgeholt. Das Beste, was man... Äh... ...so machen konnte aus dem Auto, finde ich. Also, da können die nicht meckern. Diese Karre, ja. Finde ich auch. Vollert schon. Ey, Leute. Wollen wir mit dem Auto zu dieser toten Frau mal, äh... ...äh... ...zu dieser toten Frau tauchen? Oha, das wäre krass. Warte mal, das machen wir. Komm, Leute. Das machen wir. Da werden wir hintauchen. Zu der toten Frau. Ich muss nur mal gucken, wo die genau war. Weil die ist gar nicht so einfach zu finden, Leute. Zu der toten Frau, die zu viel wusste... ...und die versenkt worden ist... ...die wurde richtig... ...die wurde lebendig begraben, Leute, in GTA. Das ist zu krank, das Easter Egg. Die müsste ungefähr hier sein. Da müssen wir richtig tief tauchen. Das könnten wir mit dem Auto machen. Das könnten wir hinkriegen. Das Auto hat Boost. Boah, was? Bro, wie nice ist das denn? Wie nice ist die Karre denn? Oh mein Gott. Serious? Ey, das Auto wird mir ja immer mehr sympathischer. Ey, ich mache jetzt mal was richtig Krankes. Fass mal auf. Ich werde jetzt was richtig Verrücktes machen. Schnallt euch am besten an. Ich werde jetzt Boost drücken und dann... Kann man auch Boost machen, wenn das ein Auto im Boot ist? Das ist schon eine wilde Karre. Ah, fühle ich. Oh, Leute, jetzt wird es hart. Jetzt werden wir einfach zu dieser Frau... Leute, es ist zu toten Frau. Das ist kein Spaß. Wie spät haben wir es? Nein! Wir haben es gleich 3.33 Uhr. Man sollte niemals nachts um 3.33 Uhr zu dieser toten Frau fahren. Ach, du Kacke. Einfach so random. Du wirst einfach random so zum Boot. Ja, das ist so nice, dass man das umschalten kann. Das ist wirklich babamäßiges James-Bond-Auto. Oh! Okay, wir werden hier schon mal runterfahren. Das Auto ist ein Lamborghini, ja. Hatten wir schon die Vermutung aufgestellt. Müssen wir noch weit fahren? Warte mal. Naja, wir fahren lieber da hinten rein. Ich muss hier nochmal hoch, ja. Ich bin... Ich sag euch ehrlich, Leute. Gleich bei 3.33 Uhr... Nein! Gleich ist es 3.33 Uhr. Und genau um 3.33 Uhr kommen wir an. Oh mein Gott. Das wird heftig. Das wird... ...mehr als heftig. Martin, ich habe keine Zeit. Ja, die komme ich ja jetzt hier rüber. Was ist hier eine Scheiße? Aus dem Weg. Was geht ab? Ey, ich freue mich gleich mit dir einfach für mein Lean-Auto zu bauen. Einfach sehr, sehr gut. Willst du Oreo vorher noch haben? Ich habe vorhin Oreos gegessen. Okay, dann kaufe ich jetzt ein paar Oreos für die Freunde von My Crymax. Man geht's los. Wo kaufst du die denn jetzt? Ey, erinnerst du dich noch? Wir haben da so ein Video mal aufgenommen mit der toten Frau, ne? Ja. Da gehe ich jetzt hin. Und das ist 3.33 Uhr. Bro. 8.33 Uhr. Oha. Drücke beim Fahren im Wasser X, um das so nah umzuschalten. Ich wollte gerade sagen, das war doch diese tote Frau im Wasser, wenn du dir so eine Geschichte erzählt hast. Ja, ja. Zu krank war das. Du hast mich damals gestört gemacht mit der Geschichte. Da werde ich dich übrigens noch verklagen. Weiß Material, das Video. So. Wieso habe ich keine... Boah, das ist übelst dunkel hier. Ich sehe gar nichts, Alter. Ey Leute, wo kriege ich Munition her für meine Waffen? Ey, Leute, ich muss extra Ammonation fahren. Oh mein Gott, ich muss Ammonation fahren. Okay, Leute. Hier ist... Oha, das Auto ist ja voll nice. Ich fahre gerade einfach. Ich tauche gerade hier einfach mit dem Auto. Ich habe gesehen, Leute. One-Click habe ich dem gegeben. Okay. Irgendwo hier muss sie sein, Leute. Wo ist die? Wo ist die tote Frau, Leute? Und was hast du heute so gemacht? Was hast du heute gestreamt? Jetzt immer. Ich habe ja noch gar nichts gestreamt. Wie du hast noch gar nichts gestreamt? Hast du kein Fortnite gemacht? Nee, nee, ich bin jetzt erst live. Was soll das denn? Wieso? Ja, was ist das denn? Ich hatte heute keinen Bock auf Fortnite. Was bist du denn für ein YouTuber? Hey. Keinen Bock gibt es nicht. Oha, aber ich finde das Auto ist gar nicht so einfach zu lenken. Lauter alles? Oh, du weißt schon, was... Oha. Du weißt schon, was ich... Oha, Leute. Wo ist... Ich glaube, die ist hier irgendwo. Hallo. Ja, ja, ja. Ich suche gerade die Frau. Nee, warte mal. Hä? Ach, kann ich nicht, weil ich Sterne habe. Chat, oder warum geht das nicht? Hast du mitbekommen, ein Mäus wurde gebannt auf Twitch? Ja, ich habe schon mit ihm geschrieben. Alles gut. Warum das? Äh, Digga, weißt du, warum sie Mäus gesperrt haben? Nee. Ja, es ist... Es ist... Die haben den gesperrt, weil er bei 17.000 Zuschauern nicht genügend Moderatoren hätte. Und da irgendwelche Leute im Chat irgendwas Scheiße geschrieben haben und dafür wurde er bestraft. Was? Also er selber hat gar nichts gemacht, ja. So ähnlich wie bei mir. Die haben gesagt, dass der Chat dafür... Die haben den Chat als Begründung genommen, warum er gesperrt wurde. Das ist krank. Ich habe auch... Ja, aber ich kann jetzt nicht mehr... Ich kann dir privat... Warte mal, ich schreibe dir privat... Ja, ich lasse ja immer nachher quatschen. Ja, machen wir später. So, Leute, ich suche gerade mal hier die Frau gerade. Wir sind gerade auf Expedition. Die müsste hier irgendwo sein. Irgendwo wurde hier eine Frau lebendig begraben. Die ist ein ganz schreckliches Verbrechen gewesen. Kannst du nochmal die Geschichte dazu erzählen? Bro, das ist ein krasses Verbrechen. Ja, kannst du nochmal die Geschichte erzählen? Nee, nee, kann ich nicht sprechen. Das wäre zu krass für die Leute, dann kriegen die Angst, weißt du. Ach so, ja, das war auch heftig. Oh, ich höre Geräusche. Ich höre Geräusche. Oh mein Gott. Irgendwo muss hier sein in diesem... Irgendwo muss hier ein kaputtes Dings sein, Leute. Kaputtes Boot, Alter. Hier ist es! Ja, Leute, hier ist sie. Sehr, sehr gut. Wir haben sie gleich, wir haben sie gleich. Wenn hier schon mal das Boot ist, dann sind wir auf jeden Fall auf der richtigen Fährte. Dann sind wir im richtigen... Hier ist sie in der Nähe. Hier ist nämlich so ein Boot untergegangen. Dann müsste die hier sein. Ihr werdet sehen, Leute. Boah, was ruft der Idiot jetzt gerade an? Geh doch mal hoch! Irgendwo hier muss sie sein. Warte mal. Wir sind heute zu viert. Nur die anderen zwei haben es nicht so mit der Pünktlichkeit. Das ist alles. War das weiter unten? Ja, ne, Leute? Ich glaube, es war weiter unten. Jonas, keine Angst. Alles wird gut. Haben wir 18.30 Uhr oder 18.00 Uhr vereinbart? Ich weiß es gar nicht. 18.00 Uhr. Wo ist die alte Kari? Leute. Ja, ich weiß, aber der streamt, glaube ich. Irgendwas anderes. Also, GTA hat es zwar, aber der ist noch nicht im Film. Boah, schau Leute. Ich bin echt am Essen gerade. Warum bist du am Essen? Oreo. Das ist doch scheiße, ist das. Wah? Wah? Löscht meine Nummer. Ich will mir die nicht mehr zu tun haben. Eins in den Chat. Wer sagt, Oreo ist King? Leute, die Frau wurde einfach lebendig begraben. Checkt ihr, was hier abging, Alter. Hast du das neue Update von Wossern gesehen? Ist inszeniert. Ja, spielen wir später CD. Spielen wir später. Ich freue mich drauf. Ich finde sie nicht. Bro. 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 Ob wir den Heist hinbekommen, Leute? Ich habe gehört, der soll richtig schwer sein, ne, Philipp? Philipp? Da ist er! Da ist er! Nee. Ist er das? Ja, was ist? Ich habe gehört, der Heist soll schwer werden. Nee. Wie, nee? Doch, habe ich gehört. Wie schwer soll der denn sein? Ja, für euch vielleicht. Für mich aber nicht. Er schießt die auf mich. Andere Spieler. Warte mal, ich lade dich auch mal ein. Ein Holik10 hat mich umgebracht. Was soll ich jetzt machen mit dem? Zurück. Kann ich reporten? Ich reporte den. Okay. Okay. Die war auf jeden Fall hier irgendwo gewesen, Leute. Hast du eingeladen? Nee, ne? Doch, doch. Oh, fuck. Das war gar nicht genommen. Das war gar nicht. Es kann nicht sein, dass ich die nicht mehr finde, Leute. Warte mal, ich check das mal kurz. Die soll... Nee, weiter hier, weiter hier, Leute. Weiter außen ist die. Kommst du rein? Ich habe dich eingeladen. Okay. Hier unten. Ja, ja, ja. Hier unten, Leute. Ach, ja. Ich glaube, ich erinnere mich wieder. Guck mal, Leute, was ich noch dabei habe. Guck mal, ich habe hier so eine geführte, Leute. Ich habe mir hier einfach geile Sachen auch mal gekauft. Boah, Leute. Guckt euch das an. Dann habe ich hier noch... Hast du wieder nur Süß... Oh, ich dachte gerade, die ist da. Heute habe ich mir mal wieder Süßigkeiten gekauft. Das stimmt. Wann warst du das letzte Mal trainieren? Gestern. Warte mal. Nee, vorgestern. Ich bin morgen wieder. War die noch tiefer, Leute? Und auch mal Oreo. Wo sind die denn hier? Ich move den mal runter, den Acrymex. So, Acrymex. Wow, 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 wow. Ey, was geht, Digga? Let's go. Ey, ich will Meilin ein Auto schenken, Digga. Dann mach doch. Ja. Schenkt ihr doch ein Auto. So. Ey, aber Digga, was haltet ihr davon, wenn wir erstmal kurz das neue Auto auftunen? Was haltet ihr davon? Äh, nix. Hab ich schon. Ich wollte den nämlich noch kurz tunen. Okay, mach das später. Nee, 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 nee. Den Toredo, oder was? Ja, den Taucherauto. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ein Taucherauto. Oh, Bruder, wie geil ist das? Einfach rausfahren hier. Ja, nee, gut, ich kann es auch recht später, Mann, wenn ihr jetzt wartet. Ich würde euch ja nicht warten lassen. Ach, Mensch, schön, dass du auch mal auf die Idee gekommen bist. Nee, alles gut. Sehr ehrenhaft von dir. Mach ruhig. Nee, 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 also wir können auch jetzt direkt schon starten. Nein, ich kann nicht. Ich starte nur, wir können vielleicht starten nicht. Nein, ich kann nicht. Nein, nein, ich kann dir das nicht. Wir starten direkt. Lol, Digga, wie krank ist das Ding denn bitte, dieses Auto? Wo ist ein Oblox? Der macht heute nicht mit, der nimmt gerade wieder auf. Mann, warum? Macht der echt nicht mit? Nee. Krass. Warum, Alter? Er hat uns einmal verkauft, Leute, wie geil ist dieses Auto? Ey, ich finde sie nicht, Leute. Wir gucken mal, wie tief wir tauchen können. Nein, Oblox muss kommen, Leute. Wir müssen ihn terrorisieren, damit er kommt. Re-Talk. Warum? Digga, er muss kommen. Nee, 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 nee. Er muss. Er hat gar keine Wahl. Aber irgendwie so richtig tief tauchen kann man damit ja irgendwie nicht, ne? Mit dem Outer? Ja, ja. Doch. Ah doch, warte, jetzt geht er tiefer. Ich werde jetzt zum Tief... Ich werde jetzt in die Erde fahren. Lol. Mega Dolon kommt. Oh mein Gott. Hier ist Skurrus. Hier ist Skurrus hier unten. Ab 10.000 Meter Tiefe kommt Mega Dolon. Mega Dolon, ja. Mega Dolon. Ich glaube, ich gehe auch mit Oblox Aufnahmen machen. Ich kann moin, mich hier beleidigen zu lassen. Dein Oblox-Kanal weitermachen, ne? Warnung, maximale Tief... Warnung, maximale Tauchtiefe fast erreicht. Und runter. Hä? Hä? Hier, es gibt eine maximale Tauchtiefe. Gefahr. Ja, ja, dann ist ja dieser Druckverlust. Rumpfstabilität kritisch. Oh mein Gott, wir sind so tief. Ja, bei mir auch gerade. Warnung. Wir ziehen trotzdem weiter durch. Obwohl, nee, dann werde ich explodieren. Nee, komm hoch, 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 hoch. Gleich knallt's hier. Ich hab's ja eingeladen, Max. Gleich knallt's. Ja, ich komme. Komm mal rein. Wieso ist hier Küstenwache? Oh mein Gott. Krass, wie tief wir einfach unter der Erde sind. Ja, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir jetzt erst das Auto für Meilin kaufen? Oder wollen wir jetzt anfangen? Ich hätte gesagt, wir tunen die Autos noch. Diese Toredos. Und dann fangen wir an. Ja, du kannst ja den Toredo tunen, dann tune ich dann ein Auto für Meilin. Ja, dann machen wir so. Aber ich komme erst mal in deine Lobby, okay? Ja, komm erst mal rein. Okay, ich schubst mich an, wenn die fertig seid. Ich geh mal so lange auf. Nee, screwst du jetzt mal mit das Auto für Meilin. Okay, ich mach mit. Okay, okay, wo bist du? Ich finde das echt korrekt von euch, dass ihr auch so an meine Freundin denkt. Die seid glückspulte Freunde. Digga, das ist doch voll irre, Digga. Sag ich ehrlich. Einfach ein Auto für Meilin bauen. Aber ich will auch, dass ihr dann da mit fährt, ja? Und wie sie das findet denn? Ja, ich hole sie dann und dann soll sie das mal zeigen. Dann soll sie das mal testen. Ja, mach mal so. Finde ich geil. Machen wir so. Ich sag dir ehrlich, ich werde auch keine Kosten und Mühen scheuen. Ja, okay, okay. Wir werden das auto-tunen, als wäre das ein Gesicht und machen 20 Tonnen Make-up drauf. Wow. Schaden sein zu, Alter. Auf ganz entspannt Basis. Wow. Du wirst jetzt hier unser Schmutzkarren schon wieder. Ey, Leute, wo bin ich denn? Ich bin einfach hier irgendwo im Nirgendwo, Alter. Ey. Screws. Wo bist du denn? Wo ist denn mein Gehilfe hin? Ja, Jungs, kann mich einer kurz in den anderen Schmutz machen? Ja, wo müssen wir das fährt? Ja, hol mich mal rein da. Ja, hab ich. Ja, hol mich doch mal ab, Gehilfe. Ja, wo bist du denn? Ich bin hier hinten bei der Military Base. Military Base. Ey. Oh Gott, ja gut, dann komme ich jetzt da hin. Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Ja, ich bin hier eh gleich bei der Straße, also. Entweder beeilst du dich jetzt, oder? Ja, ich bin auf dem Weg. Also, ne? Ich bin auf dem Weg, kann ich nur dazu sagen. Naja, wir müssen jetzt erst mal gucken, was für Auto wir hier aussuchen. Auf dem Weg bin ich. Lass mal so eine richtige Jockelkarre ihr schenken. Auf dem Weg bin ich. Wollen wir dir so eine richtige Jockelkarre schenken? Ich bin auf dem Weg, ja. Ja, wie es ist. Ja, wollen wir. So, ich bin jetzt hier an der Straße. Ich werde jetzt hier ein Auto holen. Hä, du bist einer seiner besten Freunde. Mach doch mal kein 31er. Schenk dir doch was Schönes. Bro, du antwortest auf meine Fragen eine halbe Stunde später. Was macht die los? Ja. Bist du irgendwie geistig zurückgeblieben, oder was? Wo bist du denn? Ich bin auf dem Weg. Da hinten bist du, oder was? Nee, das ist max. Ich bin auf dem Weg. Auf dem Highway. Nee, sag mal, jetzt wie lange brauchst du denn noch so vier Kilometer? Zwei. Okay. Ungefähr. Ah, ich seh dich. Hä, was ist mit der Karre los? Warum sieht die so normal aus? Hä? Hä? Wo ist unser Winky hin, Leute? Das ist ja voll scheiße. Hast du ein schnelles Auto? Ja, das ist 450. Ja, weil der ist hier nicht getunt, Alter. Das kann doch nicht sein, Leute. Wo ist unsere Karre hin? Meiner fährt 450. Rückwärts. Ah, Blackjack, ich sag dir ganz ehrlich. Ob wir dich mitnehmen oder einen Stein, das wäre genau dasselbe. Oh, aus dem Weg. Wo ist das nochmal wahr? Komm mal jetzt. 600 Meter. Ich seh dich. Komm rein. So, komm mal rein jetzt in mein Auto. Dann mach mal Internet unten auf. So, Leute. Jetzt für Maylin das Auto. Jetzt gehen wir aufs Hausstand Andreas Store. Was für ein Auto wollen wir in Maylin kaufen? Such mal da eins aus. Das Zweite. Das Zweite? Das ist ein Golf, Digga. Ja, so eine Möckel. Dass sie da so eine richtige Rostlaube kaufen. So eine richtige Rostlaube. Oh, da unten der. Fast auseinanderfällt. Easy Classic. Der Easy Classic. Der auch nicht so teuer ist. Warte mal. Ja, der kostet 270.000 bis 360.000. Easy Classic, der in blau angezeigt wird. Easy Classic. Wie weit bist du runtergescrollt? Beste Auto. Nö, nicht so weit. Kostet 270.000. Der ist neben dem Dominator GTX. Easy Classic. Wie weit bist du runtergescrollt? Nicht so weit, nicht so weit. Bist du nur? Easy Classic. Wie findest du den Maxwell Aspo? Das ist doch so ein Opel Corsa, Digga. Den kann man bestimmt lustig tunen, Digga. Ey, doch. Lass mal den Chat entscheiden. Chat sagt immer ein Auto. Lass mal den hier nehmen. Lass mal den Maxwell Aspo nehmen, glaub mir. Okay. Dann nimm den mal. Ey, was ist jetzt los? Oh, da findest du dich gut. Ich glaub mir, kann man bestimmt lustig tunen, Alter. Ja, der hat recht. Ja, wir nehmen deins. Los. Sag Stani, er ist ein Bot. Boah, was mein Dötchen. Schade, dass du direkt beleidigst und so. Aber ja, gut. Wir müssen erwarten, bis das Ding geliefert wird. Und dann fangen wir mit uns LS Customs rein, Leute. Warum werden jetzt hier wieder... Ey, Screws, sag mal was. Was ist los? Dann rennen schon wieder einen Scheißhaufen bei mir in den Chat rein. Ja, Digga, das ist echt langsam. Also jetzt reicht es, Leute. Also menschlich gesehen will ich mich auch von den Leuten distanzieren. Ja, stell dir mal vor, du gehst zu denen nach Hause und machst den einen Scheißhaufen vor die Tür. Ja, 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 ja. Danke, dass du es mal sagst. Danke. Überleg mal, ich komme zu euch nach Hause. Ja, ich überlege auch demnächst diese Formate, die wir hier starten, nicht mehr zu planen. Dass wir die einfach abbrechen. Sagt dir ehrlich. Und setzt euch ein schönes Häufchen vor die Türe. Das würdet ihr auch nicht so geil finden, oder? Eine schöne Überraschung dann. Und dann zack, geht er aus der Tür raus und steht er in einem Haufen drin. Nee. Nee, also. Ich distanziere mich von jedem, der hier sowas rein spammt. Würde ich schon mal gesagt haben. Also jetzt nochmal. Ich habe gehört, der Heist wird schwer, ne? Hab ich mir gesagt. Bro, der Heist wird so schwer für Leute, die keine Ahnung haben. Also für uns. Ich bin dafür, dass wir das jetzt mit einem Zuschauer spielen. Ich bin dafür, dass wir jetzt einen Zuschauer einladen. Okay, I got stuff to do. Standardskill hat er. Standardskill hat er, glaube ich, auch durchschraubt. Wir können die Zuschauer einladen. Wer ist dafür, dass wir mit einem Zuschauer spielen? Wir haben ja noch einen freien Platz. Warum nutzen wir den denn eigentlich nicht? Bestimmt. Am besten werde ich noch die Leute einladen, die hier Scheißhaufen rein senden oder was? Leider nicht so ein Dreischiger. Ah, schade, Leute. Ich hätte es gemacht, Leute. Ich sage euch ehrlich. Ich hätte es gerne gemacht. Nee, also mit dem Chat will ich noch nichts mehr zu tun haben. Ah. Also mit meinem Chat will ich noch nichts mehr zu tun haben. Das ist halt das Ding. Ja, jetzt fangen die Leute bei mir auch an, diesen Scheißhaufen zu senden, Digga. Digga, da kannst du mir auch Geld du nennen dabei, wie du willst. Ich distanziere mich von dir. Ja, das ist einfach scheiße, Leute, was ihr macht. Ja, wortwörtlich ist das scheiße. Und ihr braucht euch nicht wundern, wenn vor eurer Tür auch mal ein Haufen liegt. Ja, dann brauchen wir jetzt auch nicht mit Zuschauerspielen, sage ich euch. Nee, sage ich ja, sage ich ja. Hätte man sonst wirklich echt machen können. Die Zuschauerspucken jedoch nur ins Gesicht, Digga. Ja, 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 ja. Du bist da, bist live aktiv, bist am Arbeiten, am Hasseln. Weißt du, keiner wünscht sich den Job als YouTuber. Was ist denn das mit Auto, Digga? Da fahre ich den Easy Classic, aber beschissener. Da würde sich, glaube ich, Maylin richtig freuen, Leute. Also, wenn wir die Karre fertig aufgetunt haben, da würde sie außer Häuschen sein. Welcher war denn der Easy Classic, Leute? Der Easy Classic ist King. Ja, Bro, ich sehe ihn ja nicht, weil du sagst ja nicht, wo der ist. Also, also, gehen wir mal da drauf. So, gucken wir, so, scrollen wir runter. Ist das die 1, 2, 3, 4, 5, warte, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Easy, ach, der, nee. 17, 17, 17. Das ist der geiler, das ist der geiler. Okay. Seid ich dir ehrlich, dieser Easy Classic ist schon wieder zu classy, so weißt du. Oha, Lefebär, Bro. 50 Euro, ich fiss deine Augen, Digga. Danke für den krassen Support, Alter. So, dann gucken wir mal. Ausstattung entfernen. Ja, diese Ausstattung, nee, diese Zielstreifen müssen hier schon, die müssen schon ran hier an der Seite, Leute. Das sag ich euch ehrlich, das muss schon, das ist für Frauen wichtig, falls sie hier mal ihren, hier irgendwie was gegenhauen oder so, wisst ihr? Und für Männer nicht? Schade, dass du Männer diskriminierst in deinem Stream. Oha, guck mal hier, was das hier für eine Frontstoßstange ist. Ja, der sieht scheiße aus, das sieht ja aus wie ein Computer mit zwei Lüftern vorne, Digga. Was soll das? Ja, oder wir können auch das hier nehmen, das hier. Wollen wir so richtig auf billig tunen? Das hier, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Ja, wir machen auf hässlich tun. Das mit der Lüfter? Das mit Lüfter, ne? Wir machen das, was, guck mal, sie ist das auch eh gewohnt, was hässliches als Partner zu haben. Oha. Dann machen wir einfach auch ein hässliches Auto. Hinten, wie soll das hin? Ein Auto, als käme, ist von der ATU. Ja, sowas, sowas, genau sowas. Genau sowas. Scheinwerferabdeckung natürlich, Leute. Hier so böser Blick mit Klebestreifen gemacht, aber hundertprozentig. So richtig billig Tuning, Leute. Ich sag dir ehrlich, ohne Motor wäre schon wieder zu krass. Das muss sowas hier, sowas hier. So, Neonfarbe gucken wir gleich noch. Such dir schon mal eine Farbe aus. Ich würde tatsächlich... Wollen wir die Dachbox nehmen, ja, ne? Ja, ja, mach Dachbox. Mach pink. Pink, oder was? So pink-rot? Oder du nimmst so was ekelhaftes, so braun oder so. Guck mal hier, guck mal, guck mal, guck mal. Ich kann auch braun nehmen. Guck mal. Ja, sowas. Nein, schwarz war gut. So gar nicht gepasst gerade. Ja, oder sowas. Oder sowas. Sowas hier, sowas hier. Ja, 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 ja. Da verstehen wir uns doch. Tieferlegung, Leute, natürlich. Das Teil muss richtig tiefer gelegt werden hier. Unser Luftfahrtwerk, das muss man natürlich auch sehen hier. Das muss schleifen, Junge. Schleifen. Schleifen. Now that's gonna be a smooth ride. Das muss schleifen. Guck mal, die Reifen. Guck mal, der Kopfhörer. Bro, was ist das für eine Karre? Man hört sich nicht, aber ja, scheiß drauf. Ich bin nicht kurz auf Karre gewesen, sorry. Hast du den Kopfhörer gesehen? Nee, hab ich nicht. Ja, guck mal, komm mal. Ah. So, ja. Das auch, du kannst richtig geil tunen, Digga. Das kannst du richtig nice tunen. Okay, wir gucken jetzt erstmal bei Designs rein. Ach, du Scheiße. Was sagst du dazu? Das ist die Farbe, die wir holen müssen, ja. Oh, das wäre auch hier dann in rosa oder so. Das wäre, da sehe ich mich auch. Das sieht dann aber zu serious aus. Nee, das sieht ja schon billig aus. Das sieht richtig eklig aus. Träumen wir sie oder nicht? Das mit rosa kombiniert, das sieht so hässlich aus. Ja, das stimmt. Pussycat, das müssen wir nehmen, Bro. Oder? Ja, Baba, mach Pussycat. Das ist wirklich nice. Nimm Pussycat. Warte, warte, wir gucken weiter, wir gucken weiter. Okay, 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 ja. So, das. Und jetzt machen wir noch andere Farbe. Warte mal. Hier, so hier. So hier, oder? Nein, heißes Pink habe ich nicht, Leute. Hä? Egal, egal. Anderes Pink. Ja, warte. Sekundärfarbe würde ich schwarz nehmen, oder? Das ist so normal. Oder blau, Digga. Das ist eigentlich schon nice, was mit dem Blau. Das ist so richtig, ey, das ist kontrastmäßig, passt das gut. Ey, da würde sich Maidin richtig über das Auto, glaube ich, freuen. Ja, nimm auf jeden Fall die Schwingen. Ausstellungfarbe, siehst du Ausstellungfarbe? Nimm mal Geländereif, kannst du es machen? Ja, warte. Ja, Reifen wollte ich eh noch ändern. Gelände. So ein 13-Zoller, so ein 13-Zoller. Hier, sowas, hier, sowas. Wenn wir denen das Auto übergeben, sagen wir ganz nach Max, seinem Geschmack orientiert gewesen. So, warte mal. Ich gucke mal kurz Reifen einmal durch. Nein, ich muss mal die nehmen. Die hier. 13-Zoll. Das sind doch 13-Zoll-Felgen hier. Ganz klar so. Ganz klar so. Also, wenn man sich in dieses Auto nicht verlieben kann, dann weiß ich auch nicht. Das ist einfach wirklich... Ich mache die sogar schusssicher, das ist schon. Ja, das war es eigentlich. Das ist ja eine geile Karre. Warte, rosa, wir müssen auch die Untergrundlackierung rosa machen. Also, ich wette, da würde sich Maidin richtig freuen. Untergrundlackierung. Achso, ja, genau, dies weiß auch schon. Ja, Agnes, so hässlich. Das ist wirklich so hässlich, Alter. Ey, hol mal Max, hol mal Max. Mach mal Max. Ha, 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 ha. Vor allem das Schlimme ist, Leute, das gibt wirklich Leute, die so eine Autos fahren in real life, ne? Ja. Guck mal, der Reifen, sieht aus, als wäre das kaputt, wäre das Auto. Ja, vorhin aber auch, ja? Ha, 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 ha. Der Mark ist der Hammer. Leute, hier schleift alles, geil. Oh, yes. Komm, lass treffen. Der ganze Chat hat mitgemacht. Ja, okay, wenn der Chat mitmacht, dann glaube ich, ist das was Gutes. Ich will aber auch, dass du zu Maidin noch was sagst, dann so, dass wir halt ein Auto gebaut haben und alles so und dran. Ja, ich sag ihr, ich werde ihr, bevor ihr das zeigt, ihr kommt dann um die Ecke gefahren, werde ich sie introducen, werde ich zu ihr sagen, guck mal, hier Stanni und Skrulls haben ein Auto für dich gebaut. Ja, ja, genau. Auf Ehre. Okay, machen wir so. Und sie soll das mal fahren und so. Wir treffen uns bei Standard Alice Customs, okay? Ja, ja, ja. Geh ihm auf deinen YouTube-Kanal. Schatz! Schatz! Ich ruf sie gerade. Ja. Die hört ja nicht gut. Die hört ja leider nicht gut. Schatz, hör, komm! Voll rumschneiden. Komm runter, du kriegst aufs Fressbrett. Komm runter, ey. Vibe ist schon Essen gemacht. Vibe ist schon Essen gemacht. Ey, Spaß. Schatz! Komm runter, ey. Ey, die hört schon wieder. Warte mal. Jetzt dreh ich durch. Jetzt dreh ich durch. Leute, das ist so ein krasses Auto, was wir hier für sie gebaut haben. Sie wird sich bestimmt freuen. Also, wenn sie sich da nicht freuen wird, dann weiß ich auch nicht. Schatz, du musst jetzt herkommen. Es gibt... Es gibt was Wichtiges. Überraschung. Es gibt eine Überraschung für dich. Nee, es gibt wirklich eine gute Überraschung. Jetzt ehrlich. Eine richtig, richtig heftige. Also Standard Alice Customs treffend. Ja, ja, ja. Wir warten aber... Ich war gerade hin. Wir warten schon mal hier. Ja, ja, okay, okay. Warten aber um die Ecke, so, ne? Es gibt was richtig Heftiges, Digga. Und zwar... Ja, wir kommen damit angefahren. Warte, ich erkläre es dir kurz. Schatz, pass auf. Stani und Skrulls, die haben ein Auto für dich getunt. Komm mal hier ins Bild rein. Komm mal hier ins Bild rein. So. Stani und Skrulls, die haben ein Auto für dich getunt. Und ich habe es selbst noch nicht gesehen. Die haben das gerade gesagt. Die hätten sich richtig krass Mühe gegeben für dich. Für Maiden haben die ein Auto getunt. Ich bin selbst gespannt. Also wenn es irgendwie nicht so cool aussieht, falls irgendwie Disrespect ist oder so, ich habe nichts damit zu tun, so. Nur um das schon mal im Vorwerk zu nehmen. Aber... Ey, Digga, wir haben uns Mühe gegeben. Guck mal, wie Angst so Sex verboten hat. Ey, weißt du, wie lange wir daran getunt haben, wie viel Geld wir ausgegeben haben? Sag das mal noch. Also Stani sagt, die haben dafür richtig viel Geld ausgegeben und richtig lang rumgetunt und so. Und das ist das Auto schenken die jetzt. Das ist ein sehr seltenes Auto. Das ist ein sehr seltenes Auto und es gehört ab sofort dir. Ja. Sie sagt, ich wette, das sieht komplett scheiße aus. Warum? Was? Nein. Das Ding ist, ich kann es gerade auch nicht einschätzen. Aber die haben gesagt, die haben das Auto in einem coolen Stil von Max angepasst. Ja, aber es kann sein, dass die das ironisch meinen, aber der Live-Chat würde ja gönnen. Der Live-Chat mag die eigentlich so. Wenn der Live-Chat mitgeholfen hat, dann ist das was Gutes. Wo bist du denn, Max? Kommst du jetzt, oder? Also, Meilins Lieblingsauto ist eine G-Klasse. Vielleicht habt ihr ja sogar eine G-Klasse. Ja, sowas ähnliches. Ja, sowas ähnliches. Also, ey, haben aber den Geschmack gut getroffen. Es ist keine G-Klasse, aber... Kann man sagen, den Geschmack gut getroffen. Stimmt schon, ja. Wir sind zwei Kilometer da. Wir hatten halt viel Hilfe von Max seinen Zuschauern gehabt. Ja, und ich wusste auch, dass Max sein Geschmack ist und die Zuschauer haben uns auch ein bisschen geholfen und alles. Ich glaube, Meilin wird durchdrehen. Also, ich glaube, ihr würdet das gefallen, wenn es komplett pink wäre. Das würde ihr, glaube ich, gefallen. Oh! Ab ihr, ab! Also, wir sagen... Es wird noch ein wenig sein, Schatz. Geil, Leute! Okay, okay. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Was hast du gesagt, Schatz? Sag nochmal lauter ins Mikro. Also, dass... Also, dass... Also, dass... Also, dass... Also, ein Call hast du gleich. Okay. Was, ein Call hat sie? Jetzt hänge ich hier auf dem Dach fest. Scheiße. Ja, mach hin, Max. Ja, ich komme doch. Ich hänge fest. Jetzt bin ich runtergefallen. Ich muss ein Auto kurz klauen. Komm... Nee, warte. Ich komme zu euch. Ich bin jetzt gleich da, einen Kilometer. Ey, Max. Aber ich habe eine Frage. Warum sagt ihr so hübsch und du so hässlich? Wow! Das ist, weil sie 20 Kilo Make-up im Gesicht hat. So, 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 warte. Ja, Leute, wir machen gleich, wir machen gleich, wir machen gleich. Neu... Ja, ich bin noch dabei zu fahren. 900 Meter noch. Weißt du, wie dein groß GTA-Map ist? Ich war in Blaine County in der Ruhe, man. So. Aber ehrliche Meinung wollen wir auch hören. Du musst... Also, ich werde dazu gar nichts sagen. Schatz, du musst das machen, okay? So, komm auch nah ans Mikrofon jetzt ran. Wir sind jetzt da, Jungs, oder? Würde ich ja wagen. So. Also, ich wäre enttäuscht, wenn sie es nicht gut findet, wäre ich traurig schon. Stani wäre enttäuscht und traurig, wenn du es nicht gut findest. So. Aber wie kommt ihr darauf, für mich ein Auto zu tun? Weil wir Fans sind von Meilin. Das ist so ein Running Gag. Das ist so ein Running Gag. Die haben mich auch neulich ausgedacht, weil ich immer ein Geschenk habe. Nein, sag ihr, dass wir ihre Fans sind. Und das ist jetzt so ein Running Gag, dass Meilin immer ein Geschenk oder so bekommt. Nein, sag ihr, wir sind ihr Fan. Ja, wir sind Fans von dir, Schatz. Wir sind der Fan-Club von dir. Okay, wir sind jetzt beim Alice Customs. Kommt jetzt um die Ecke. Okay, Schatz, deine Reaktion jetzt. Ja, die kommen jetzt. Guck einfach hin. Und? Rosa. Es ist schon mal rosa. Also sie freut sich. Sie freut sich. Schatz, sei ehrlich. Also ganz ehrlich. Sag ehrlich deine Meinung. Komm, sag jetzt ehrlich deine Meinung. Also ganz ehrlich, ich find's von der Farbe her schön. Pussycat kann man sich drüber streiten. Aber ich hätt's nicht so aufgetunen mit diesem Ding da hinten. Und warum habt ihr eigentlich so einen kleinen, keine Ahnung, was ist das? Nissan oder so gemacht? Wir haben da halt deinem Gesicht angepasst, das Auto, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist das Oben-Sarg für Max, weil er... Nee, da kannst du deine Klamotten reinpacken. Nein, das ist das Oben-Sarg für Max, weil er... Nee, da kannst du deine Klamotten reinpacken. Kannst du deine Gucci-Kaschen reinpacken. Aber ich find's süß, wie viel Mühe ihr euch für mich gemacht habt. Ja, das freut uns. Sag danke. Voller Zwang so, danke ist voll schön. Hab da... Hab da... Ist die Überraschung einfach gelungen, das freut mich. Beim nächsten Mal aber bitte ein größeres Auto. Nachträgliches Geburtstagsgeschenk, würde ich sagen. Das will ich, dass Max das beide sich in der Garage fährt. Das Auto. Ey, sei so. Ey! Ey, wenn du das machst, dann bist du maximal ehrenlos. Nee, 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 nee. Also dann bist du richtig ehrenlos. Schatz, lass die Tür auf. Also dann machst du richtig ehrenlos, wenn du das machst. Hä, wenn er was macht? Er will einfach das Auto von seiner Freundin sprengen. Oh mein Gott. Wenn du das machst, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Nee, also dann will ich mit dir auch nichts mehr zu tun haben. Ganz kurz, ich regel das ja general. Schade, Leute. So, okay, wir sind da. Wir sind da. Nee, also ich fand's auch korrekt von euch, dass ihr meiner Freundin so eine Überraschung gemacht habt. Finde ich cool. Ja, geil, danke. Sehr nett von euch, Jun. Sehr, sehr nett von euch. So, dann lass jetzt so zum U-Boot fahren. Ist das ein Viersitzer? Nein, nee, ist nur Zweisitzer. Du kannst den Kopf auch. Perfekt. Du kannst es da herfahren. Perfekt, Leute. Ah, wir haben ja... Das Beste haben wir ja noch nicht mal präsentiert, eigentlich, ne? Da habt ihr ja einen rausgelassen jetzt, ne? Da habt ihr jetzt einen rausgelassen. So, warte mal. Ich muss mal die Dings anfordern. Die, äh... Ey, wir machen jetzt erstmal noch von gestern die restlichen Missionen fertig, ne? Ey, willst du echt noch Beweise sammeln? Ja, oder? Ja, schon. Wir haben ja schon fertig gewesen, oder? Nein, da haben nur noch ein paar gefehlt. Ich glaube, Max, wir waren fertig, ne? Max, wir waren doch fertig. Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir fertig sind, ja. Ich war auch der Mann. Wir wollten das jetzt weiter machen. Nein, lass doch alles machen, lass doch alles. Das ist doch viel geiler dann. Ja, gut. Okay, der Chat soll entscheiden, Leute. Sollen wir noch alle Informationen sammeln, oder, äh, sagt die, wir sollen jetzt weiter machen? Oder endlich richtig mit einem... Richtig anfangen mit der Missionen mal. Sollen wir das Spiel wie Männer spielen, oder wie Frauen, Chat? Oder wie Pussycats. Wie Pussycats, oder wie Männer? Ja, also, das ist menschlich gesehen, Leute. Ey, dein eigener Freund. Nee. Nee, also, wäre ich mit Maylin, würde ich das Weile suchen, seid ihr ehrlich. Also, wir sagen, ah, ja, Information. Keine Beweise mehr. Weiter, weiter, richtig. Richtig weiter. Jetzt hat die Sache, also, bei mir sagen alle jetzt ReTalk, dass wir alles mal richtig machen wollen. Ja, okay, okay, ja, dann machen wir weiter. Ja, sehr gut. Der Live-Chat weiß einfach, was gut ist. Schade. Schade, dass du einfach nicht weißt, was der Live-Chat will. Schade. So, müssen wir so C-I-I-O-Kruppern machen? Ähm, laden mich, genau, laden mich mal ein. Lad ein, Junge. Schon. Wie geht's hier los, hinter diesen Scheiß-Spechern? So, Mitarbeiter, meine Gehilfen, kommen jetzt wieder in meine Crew rein. Hau auf, mich immer, dann Gehilfe zu nennen. Bist du mein Gehilfe? Hau auf, mich mal Gehilfe zu nennen. Wir sind die Gehilfen vom Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass ich alle Kinder liebe. Weihnachtsmann. Max, du brauchst du vielleicht einen Arzt? Ja. Ich brauch ganz dringend Hilfe. So, komm hier auf die Chatpacks. Äh, Chatpacks. Alles klar, Chat-Skis. So. Wir gehen jetzt wieder auf die dicke Bertha. Wir gehen jetzt wieder auf die dicke Bertha. Ey, so, Geilocks Army, den könnt ihr jetzt erstmal timeouten. Und wenn er nochmal reinschreibt, bitte bannen, Alter. Weg mit ihm. Weg. Äh, Sophie, bitte einmal Geilocks Army, bitte einmal, ähm, äh, timeouten. Und danach bannen, wenn er nochmal schreiben sollte. Dass er es nicht gecheckt hat, Alter, das regt mich auf mich aus. Er ist gestern schon 20 Mal reingeschrieben. Also, da muss ich aber los, Alter. Schade, dass die Moderatoren das nicht selber mitkriegen. Schade, schade, schade. Es tut einem wenig weh. Ah, ich muss dir kurz was klären. Die waren schon wieder ein paar Rabaugen unterwegs. Ja, ja. Da hast du mal ein paar Ansagen wieder verteilt. So, Leute, ich bin da. Ich bin bereit. Guck mal, wie ich mein Dings geparkt hab. Wie Baba Boss, Alter. Ja, ist echt, muss sagen, gut geparkt da rum. So, rein da. Ich komme, warte. Ach so. Ach so, wenn er gestern schon kurz vorm Perma gewesen ist, Sophie, der hättest dir noch in den Perma gehen können, ne? Aber vielleicht hat er ja daraus gelernt danach. So, Kinder. Dann machen wir jetzt die Mission weiter. Danke für alle neuen Mitglieder, die reingekommen sind. Sorry, dass ich nicht alle vorlese. Kuss, kuss, kuss. An alle neuen Subs, Allah. So, kommt ins U-Boot. Seid ihr in der Mission drinne, hier bei mir? In der Crew? Klick rein, oder? Klick rein, oder? So, okay, Leute. Spaß, wo seid ihr trolling? Bseite, Kindergarten. Bseite, endlich. Jetzt wird's ernst, Alter. Jetzt wird's richtig. Das ist nur für Pro-Player. Okay. Hast du bitte von früher weg? Wo bist du denn viele? Neben dir. Scheiße. so so kurz mal gucken ob ich noch wirklich überall drin ich muss mich kurz umziehen warum muss ich umziehen er ist so warm hier ich hatte ein pulli an so leute planungsbildschirm guck mal ihr seht doch das alles da hier die ganzen ich sagte ehrlich uns fehlen noch zwei uns fehlt so wenig noch ne ja dann fahren wir da aber wieder rum und ein paar angelhaken zu fotografieren das ist doch schon wieder schmutz alter wenn du in einen raum gehst das ist das was wir dann suchen würden und das wäre scheiße weil vorher war ja alles was ja genau überall war ja alles voll mit mit nadeln ja deswegen haben wir alles gepickt aber wir müssen ja nicht jede einzelne nadel picken ja aber zusätzliche beute haben ja auch noch nicht alles ne ich stimme skurrus zu wie gehen wir jetzt hier zack ausrüstung so leute ausrüstung hatten wir gestern das hat gar nicht gespeichert doch was finden die dinge doch nicht da oben stehen oder nein ja seit seit gestern seit dlc gibt es ein u-boot leute aber wir wollen erstmal annäherungsfahrzeuge und das problem ist das flugzeug das hat nichts gezählt irgendwie wahrscheinlich weil wir gestern ey was denn das leute das flugzeug hat jetzt nicht gezählt also gestern stand das noch da oder nicht ja wollen wir jetzt das u-boot nehmen wollen wir jetzt das flugzeug nehmen sagt u-boot dann lass jetzt einfach mit u-boot hinbrettern das haben wir ja schon da müssen wir jetzt ja wir müssen noch ein anderes nein nein du bist dumm wir müssen noch anders um beklauen ach ja ja das ist echt viel ausrüstungsmission machen jungs das ist jetzt nicht so dass wir hier direkt wie ich dachte wir wir rippen jetzt den drogendealer er denkt jetzt die staaten jetzt direkt mit der mission rein also der ist der komplexer typ ok gut dann vorbereitung jalla müssen also die sind ja maximal lost ja aber stand die warte mal bitte fliegt nicht immer mit dem heli vor das ist scheiße da kann es schon mal ein auto davon holen willkommen mit jetskis jetzt sind die jetskis hier außen weg oder was scheint so warte mal wir können doch hier was anderes in dieser kurssaker nehmen oder ja da ist unser boot drin ja lass doch das u-boot dann ja hol das noch raus 13 vorbereitung auf gottes willen alter da haben wir dann muss wir haben sich alleine sechs also hat so einen gespielt hat alleine gespielt und vier stunden durch gehabt die sollten wir ja aber wissen halt einfach los ja das problem ist mir werden die fahrzeuge hier nicht angezeigt in dieser kurssaker ja doch da war doch ein flugzeug und sagt jetzt nicht gesehen ja nein aber wenn ich jetzt hier bei dir drin bin da wird mir dass ich da ist dein auto nicht das umboot ist nicht da wir schwimmen jetzt rüber einfach scheiß drauf kommen ja klar hol doch dieses wasserboot wasserautoboot denken das neue dann vier sitze und damit kannst uns hier abholen ach so ja jetzt habe ich gerade das auto geholt super aber das ist ja auch leute wisst ihr wo das auto bekommen haben das exklusiv von dieser einen mission gewesen das gepanzerte karre alter ist auch so ein kranker wagen alter den gibt es doch gar nicht mehr wie kriegst du den band oder hat man nur für diese eine heiß mission bekommen auch so kranker wagen also das finde ich ist wirklich ungemacht ja warum fahrt war die schule ich hab weil die chat skis nicht mit da sind und den willen gefangen ich gehe auf dem ganzen u-boot rum aber da war das ja auch heftig na ihr müsst man den film hunter gucken wer hat den film hunter gesehen habe ich nicht gesehen geisteskranker wie weit bist du jetzt eigentlich bei der mandalorian serie max mit der mandalorian bin ich glaube ich gerade bei folge sechs oder so irgendwie ist aber geil hast du süß geguckt worum geht es in einer serie bei süß oder mandalorian bei süß aber hast du süß geguckt ja ehrlich ja ja okay was guckt was bei mandalorian was was geht da ist ein auftragskiller in diesen mandalorian halt aus dem star wars universum diesen auftragskiller ja kann ich ich hab jungs ansicht wechseln inshallah inshallah holt er uns zu groß ja ist echt so kann man doch nicht fahren das kann man von einem auch nein doch das kann man richtig fahren richtig kann das ist ein u-boot und kein stein die jacht kann man auch nicht normal fahren in gta die jacht ist auch alt und verrost und kaputt kommt jetzt ab ihr wartet jetzt ich habe jetzt hier extra das auto bestellen würde mich verarschen aber ich teste trotzdem warum sag ich immer ihr wenn es der dumme max ist ich habe nichts damit zu tun ich versuche hier ich versuche hier wenigstens wegzukommen du bist da wie so ein wie so eine möfe digger das stimmt ich ich glaube hier dings a zum fahrer herz willkommen ja wieder maja pinocchio grüß ich auch so ich fahr alles da er fährt jetzt wirklich los normal kann dass er kann zu bitte erst wenden bevor du auf dem strand hallo ja ich steige raus steige raus steige aber das ist echt geil dass man das ding so fahren kann haben wir doch gesagt eigentlich müssen wir mal u-boot battle machen er schießt ja ja so schießt doch auch nicht das natürlich max war ja ich bin doch noch mal das drin ja da waren dass die mal ist auf mich schieben leute ich mache es was auch gar nicht so kommt nimm uns zeigt dass das ein zweisitzer wenn das jetzt ein zweisitzer ist der katt an der kreisitzer dass mich doch einsteigen ja das geht weil die drinnen wie das von innen aussieht alter aber finde ich dumm dass du die scheiben getönt dass bei dem auto das sieht kann man gar nicht rausschauen das ist ja der sinn der sache digger das auto ist ganz gut für gta b da kann man wenn die leute mal ins wasser flüchten kann die polizei nutzen um die zu kriegen danke für deinen beitrag oha er hat sogar boost ja ja der kann auch schießen dann kommen wir sitzen hier mit dem wo das war ja mal anständig das fetzt jungs wie oft kann man das machen mit dem bus da kann man nicht viel wussten wer das auto boostet fast so gut wie die performance drinks von gamers ordentlich werbung ende ich sag mal wieder der andere übergang was ein mit krasse werbeeinbindung ja ne das war ein bisschen bonus oder übergang als manch ein friseur noch ein fener kraft der muss auch wie einfach andere welten ich sag dir ehrlich gehen wir sollen dieses problem ist es wirklich so wie schädlich über den link von den jungen ja ja das geile solche unfallbau ich gebe einfach wieder wuster genauso schnell was wir gerade ausfallen können mit rogen dealer macht mehr bus mehr mehr geht das nicht hallo muss hallo und die nachhaltiger durch die stadt muss man kann nicht unendlich muss videos man kann unendlich muss man muss es nicht drauf haben und können max hat das bekommen ja ich bin guter fahrer hast gestern gemerkt das ist richtig aber wenn du mit schatz gefördert muss man jetzt hier überhaupt hinfahren ach lol mal dahinter ist ein u-boot klauen jetzt einfach im u-boot nee wir klauen jetzt ein boot er fährt wie der letzte mensch digga er fährt wie gar kein mensch das ist das problem ok jetzt reizt jetzt reizt ja was denn nehmt stanni bitte den führerschein weg ja er trägt nur rum dem hätten sie damals mal den führerschein entziehen sollen nicht mehr er hätte erst meinen auf legale art und weise machen sollen jetzt muss der rechte pfeiltaste gedrückt halten gern geschehen einfach wenn leute schon mit mausen tastatur gta spielen das sagt schon alles über die leute was wir später mit dem controller bist du verrückt digga welcher mensch mit gta 5 mit mausen tastatur man spielt das natürlich am pc mit mausen tastatur gta 5 ist controller spiel kannst du sagen was du willst digga stanni war doch erstmal zum testgelände ey stanni ich sag dir ehrlich wir wollten doch heute ey ein freund von mir hat das alles in vier stunden geschafft wir haben gestern in vier stunden zu viert gar nichts geschafft und heute ich bin hier ich war nur zwei stunden lang euer ich kaufe mal in ein auto ich kaufe hier ein auto ich kann fahren ich kann fahren wir sind hier irgendwo am ozean weil du es nicht gebacken kriegst jetzt fahr da hin so da da sind wir danke danke stanni dass es mal geschafft hat da unten ist aufs u-boot sehr schön jetzt müssen wir die alle wegknallen ja dann mach ja die schießen uns schon an ja dann schieß doch mal schießt stanni mach was ja rein da wie rein da denkst du dich ok komm tauch zum u-boot da unten also darfst du echt schon wieder ey komm ich tauch ich digga ich tauch lieber ich mach nie was ehrlich ich tauch auch sorry das ist mir zu dumm ja das ist mir echt auch zu dumm mit dem zu fahren ins u-boot rein ich bin im u-boot ja ich bin im u-boot zu dem gelben ding müssen wir ja ich hab schon geregelt das ist zu krass rein da rein da rein da ich bin drin so jetzt pass auf hier sind bestimmt gegner nee hier sind keine gegner weißt du doch 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 hier sind wir nee hier sind keine gegner ich schieß mich schon an wo irgendeine schüsse aber ich auch nee nee hier sind keine gegner guck mal hier hier doch komm ein down weiter 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 ich bin tot wer hat mich jetzt doch wo bist du denn tot hä ich glaub das backt rum digga ich schwöre digga du bist einfach umgekippt da waren doch keine gegner ich bin doch einmal tot digga nein du bist einfach umgekippt digga du bist das ding ist einfach du auch digga gta ist einfach verbuggt digga schade einfach gta bugt schon wieder bro dieser ziel hat mir einfach einen one click gegeben Leute ich mach das du hast warte mal kurz du hast einen one click kassiert digga wie kann man nochmal tauchen hä wie kann man nochmal tauchen Leute Snacks was du musst Snacks essen wie kann man nochmal tauchen Leute wenn du Snacks isst tauchst du Theodor steh den warte M Im Inventar im Inventar kannst du tauchen ja komm wo sind sie hey da ist einer ja jungs mach die Mission alleine kein Ding ich bin schon längst drin und mach ja alles was redest du ich hab doch auch grad die Nummer 2 killed und hier ist niemand oh 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 Pump Bamcan Digga warum kann ich nicht tauchen digga was du was sind wir sind auch so stark ich muss hier nach jedem Gegner eine Panzerung Was ist das mit tauchen digga warum geht's auch nicht Leute Ich würd's dir sagen ich weiß aber nicht auf welcher teuer dengan Digga bei mir steht stil den so nach oh hier ist ein Schutz Digga theodor sag ihm doch mal wo man taucht bitte auf welcher stadt wird Wie ihr schifft? Leertaste, du dumm Idiot. Ich habe Leertaste gedrückt 20 Mal, Leute. Es ging nicht. Real Talk, es ging nicht. Mir geht gar nichts mit Leertaste. Doch, Leertaste. Ich habe 20 Mal gedrückt, Leute. Ging nicht. Stieh den Sonar-Sender. Stieh den Sonar-Stör-Sender. Ich dachte, die träumen mich. Als ob die nicht wissen, wie GTA geht. Bro, halt einfach deinen Mund. Halt es mal, du Paul-Berger. Spiel, du Idiot. Hey, hört auf euch an. Bist du da hier tiefer, oder was? Ja, er muss hier tiefer. Ich hole die gerade alle, ja? Hier ist nur eine Schutzweste, das hier. Ja, da bei der grünen Tasche ist der Stör-Sender. Bro, ich hatte Panzerung und alles gehabt. Der Zwiebel hat mich einfach one-klickt, ne? Ja, du bist ein richtig strong-Digger. Ich habe einfach alle besiegt. Ey, ich geh doch jetzt mal hier die Leiter hoch. Ey, Jungs, das hat nichts mit dir jetzt pass auf zu tun. Ich bin gerade einfach gestorben und da waren keine Gegner. Ja, er ist einfach so gestorben. Wenn selbst Stani mich verteidigt, dann wisst ihr, das stimmt. Das stimmt nicht. Er ist ungefähr, weil er in der Fliege ist. Hier ist das. Ist das über mir? Ach, Digger. Du hast den Körperbau von der Fliege. Hä? Ist über mir, glaube ich, Chad. So, sehr gut. Falsch. Stani hat den Stör-Sender. Jetzt müssen wir raus hier. Er war falsch, Leute. Raus da, raus da, raus da. Jetzt raus da, ey. Raus, 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 raus. Wir müssen raus rushen. Ich weiß gar nicht, wo ich herkommen wollte. Ich bin in Sackgasse. Oh, schade, dass man nicht mal GTA kann. Wie kann man so doof sein? Oh mein Gott. Wie kann man so dumm sein? Wie kann man so dumm sein? Ich hab's geschafft, Leute. Dass man nicht mal GTA kann. Oha. Zum Auto oben. Auto oben. Auto oben. Pass auf, aber oben sind auch noch Gegner. Und da werden uns wahrscheinlich auch gleich Helis attacken. So aufpassen. Nein, 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 nein. Doch, da sind auch schon Helis. Komm rein, schnell, schnell. Auto ins Auto. Komm, ich komme. Fahr zu mir, fahr zu mir. Kommt rein, ich warte hier. Die Fahne ist nicht so einfach, mit der Karre. Ah, du bist unter Wasser. Ja, warte, ich komm. Ich bin reingetaut. Ich bin fast tot. Bro, komm rein. Mit drinne. Jetzt Jalla. Ja. Geh, fahr. Du kannst auch boosten unter Wasser, ne? Ja, ich muss erstmal hier richtige Richtung haben, das Ding. Ey, Philippe, wusstest du, du kannst boosten unter Wasser. Du musst boosten unter Wasser. Ich weiß, du wusstest das noch nicht, aber boosten wir unter Wasser. Ey, Stani, bitte lass mich nichts mehr fahren, ne? Digga, was denn? Ey, was ihr für Anfänger, guck mal, was ich hier mache für eine Tricks und alles drum und dran. Ey, man kann sich's halt auch gut reden. Krassen Trick, Digga. Ich finde das so krass, was du für Tricks die ganze Zeit machst. Ey, ihr seid echt. Ey, er ist wirklich der Tony Hawk im GTA, sag'n ehrlich. Und jetzt ist er wieder stärken geblieben. Ach, Quatsch, das will, Digga. Bro, ich dreh gleich durch, Leute. Ich spiel' gleich echt alleine, einfach, weil ihr scheiße seid. Ey, weißt du was? Fahr doch einfach auf die Straße hoch. Ja, mach doch. Der macht gar nichts, er denkt, er wäre die Taube, so wie er fliegt. Er denkt, er, das Auto kann auch fliegen, ne? Wir werden übrigens verfolgt von gegnerischen Helis. Ach, lass mal kurz aussteigen, ich knall dir jetzt erstmal weg, die Helis. Nein, wir hauen ab, wir hauen ab. Nein, wir hauen ab, wir hauen ab. Nein, wir hauen ab. Nein, wir hauen ab, wir hauen ab. Er ist ausgestiegen, er ist ausgestiegen, wir müssen schwimmleifen, wir müssen ab. Zark, einer ist schon mal weg jetzt, gern geschehen. So, und der andere. Ich lenk sie ab. Zark ist auch weg, so, holt mich jetzt ab, Jungs. Danke dir, Max, du hast unser Leben gerettet. Gerne, gerne, gerne. Ja, ich bin hier geblieben, ich wollte dir helfen, aber einer unserer General hat ihn abzuholen. Ich bin dafür, wir wählen einen neuen General, Digga. Ich bin auch dafür, wir wählen einen neuen General. Ich bin für jeden anderen außerstanden. Ey, wie fährst du denn? Zurück ins Wasser, danke dir. Ach, nee, nee, Digga, lass bitte mich fahren. Lass bitte mich fahren, Digga. Ey, Leute, ich sagte ehrlich, ich wollte hier die Abkürzung nehmen, weil hinter uns Hubschrauber sind, Idioten. Ich weiß, wissen wir, die das Update hätte nennen müssen, nicht das größte GTA Update. Die hätten das nennen müssen, das längste Update für alle dummen Creator auf YouTube. So hätten die das nennen müssen. Bitte, bitte lass mich fahren. Das sind mittlerweile zwei neue Helis, weil Philipp so lange gekauft hat. Guck mal, was passiert hat, wenn man mit Maus und Tastatur fährt, deswegen Controller. Nein, das geht doch gut, Digga, ey. Bro, was wollt ihr denn? Ich fahr doch super. Pass auf, was ich jetzt mache, Digga, pass auf, hier. Boom! Zack! Trick 17, Leute. Das war das erste Mal, dass du da gelandet bist, wo du landen wolltest. Abfahrt, Digga, so geht das, nicht anders. Ja. Ich habe einfach keinen Plan, wie man diese Maschine bändig. Ja, daran liegt es, daran liegt es. Einstenswert, wenn ihr sagt, ich kann nichts los. wenn ihr wenn ihr meint 1 in den chat einfach zum ziel wie eines tages denkst du denkst du bist weihnachten sind wir fertig mit dem ich bin mit nerven am ende bis man hier an das ist die best clips montag schreien ja gar nicht viel dank für die 25 jungen crazy crazy und 40 100 euro ist doch meine augen dank dir für den krassen support ich glaube auch jeder wird das verstehen titel titel ich beende zehn jahre freundschaft wegen diesem stream sei dass sie nicht nur dieses reicht dann noch was ich so jetzt was geiles ist noch einmal macht heute gehe ich auf sein erwarte da vorne steht mein auto warte kommen das sind meine auto nein nein ich gehe dann auf das geht wirklich auch nein okay so jetzt jetzt kann er jetzt nur noch geradeaus fahren bitte stand jetzt kann nicht mehr viel falsch laufen du musst jetzt nur noch geradeaus laufen du kannst auch unter wasser ja ja er hat wir haben es endlich geschafft leute wir haben es endlich geschafft das ist zu schön zu schön um wahr zu sein soll kommen jetzt eigentlich aus hier ich schieße die helis weg jungs so weg mit dir und weg mit dir so fertig jetzt rein hier mit in die kursaska janik dankeschön für den fünfer jetzt rein hier in die kursaska jungen ein hallo seid ihr noch da hört ja ich bin da ich komme rein ich komme rein zack abfahrt leute rein in die kursaska er hat sich gesehen wie geil also die leute sagen selbst wenn ich bin der beste autofahrer der welt junge weil ich einmal der heftigste wenn so ein ding ist das leute du bist wirklich der beste autofahrer aller zeiten was ich dafür tricks gemacht da wird schlecht ja schlecht weil es einfach so hässlich war so ist meine mission ja da wolltest du nicht aufgehen ja okay dann gehe ich auf meine couch okay leute wir schauen jetzt mal hier ja nächste mission ja könnte bitte diesmal nicht umfallen und auch mal was machen und nicht mich allein bei warte bei annäherungsfahrzeug ist auch erst 0 von 6 wir brauchen damit ja ja aber wir müssen alle holen statt müssen uns für eins entscheiden ja ja optional optional nee das steht optional leute oder brauchen wir alle ich bin schon wieder freundlich alle echt wir brauchen noch nicht alle um da hin zu kommen macht doch gar keinen sinn optional die können uns das aussuchen wie wir da hinkommen ja okay dann da müssen wir ja nicht alle sammeln oder ja gut dann machen wir jetzt schneidladung safe kombination fingerabdruck klon gerät ich glaube da brauchen wir alle ladung schneidladung damit war schön den tresor aufschneiden zum yellow jack in oh mein gott weißt du was da abgeht leute am yellow check in ja da kenne ich doch das ist eine band der yellow check hat die gasten kriminelle so ja dann nächste missionen schneideladung die hat es gemacht in vier stunden ja die jahre du kannst dich in einer orga ja 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 jetzt fertig war auf zu schießen fliegt man das eigentlich was die du wenn die chance gebiet sind die chance gebiet müssen wir jetzt das ist aber ein denn die chance war mal kurz links dann ich habe mal kurz einmal links hier links einmal kurz links hier ja noch ein stück und jetzt stoppen jetzt stoppen jetzt stoppen jetzt stoppen weil das auch noch mein aus dann können wir in kolonne fahren dann soll die sagen ich werde davon sagen wenn du noch einmal öffnungsgegen hättest du dich anzeigen ja ganz geil freut man dich drauf wo ich sehe ich mich drinnen wo ist der max er ist einfach hast du dein auto max oder was ja komm ich will dir mal meinen zeigen wie ich den getunt habe der steht hier an der seite deswegen ich schwöre dir ich bin mir so zwei leuten wirklich dann wo bist du dein auto sieht aus wie ein steck ich meine da sieht mal 10 mark dein auto sieht aus wie das schimmeln alter das ist halt der mit dem braun mit dem kackbraun wir wollen die dann eigentlich so lange schweben bis das nächste update kommt oder bis wann wir wollten eigentlich ein 24er machen nee jetzt mal re-rap komm wir fahren jetzt jemand das war ein rennen machen komm mal her okay komm her du hast immer so eine große klappe du hast immer so eine große klappe ich ziehe dich jedes mal beim rennen ab das wissen wir beide okay du könntest nicht fahren der erste der da ist der gewinnt 5 100 Euro ey 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 hallo hallo ich war noch nicht fertig ja ok 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 komm hier der erste der da ist gewinnt 100 Euro 3 2 1 los warte nein stopp warte 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 ich bin auch noch nicht fertig mit reden stopp bleib stehen bleib stehen bleib stehen hier im stream spenden ja klar können wir machen der erste der hier ist okay der erste der da ist 100 Euro okay warte jetzt wirklich ey hallo jetzt geht los geht los ich hab's alle mitbekommen baba wesel wir sind erster auf einer linie stark wir sind erster leute oh mein gott also er ist ja wirklich ehrenlos ja nicht 100 Euro im livestream live tonal ich distanziere mich von beiden leute der eine ist nämlich dumm und der andere ist kindisch jetzt die frage wenn oh mein gott wie heftig ich bin so leute da haben wir den schon wieder eingeholt sehr gut so ein knacksen immer wieder ey leute wirklich geht euch löschen alle beide ja so komm den holen wir den holen wir er macht frühstart und trotzdem werden wir ihn holen so ein ding ist das max ist hinter dir max ist hinter dir ja soll er doch hinter mir bleiben er hat aber wirklich knapp hinter dir mag das hast du viel wagen demselben also gewinnt der beste fahrer ja ja gut er hat halt wirklich frühstart gemacht ne brauchst du noch ein taschentuch oder ne ne ich warte nur drauf bis dann den ersten fahrfehler macht du bist ein fehler digga jetzt wird es nochmal spannend jetzt wird es wirklich spannend er macht diese abkürzungsmeter wow oh mein gott er ist der beste ok und da ist der nachteil da ist der nachteil jetzt max seine chance was hat der raus gemacht ja wir sind ja da wir sind ja da ja ja aber dafür spende ich nicht also leute beurteilt das verhalten selbst aber ich werde dir keine 100 euro spenden wenn ich nicht du hast werte schulden du hast doch nicht mal gewartet beim start du bist ehrenlos also ist okay wenn du damit weiterleben kannst ehrenlos zu sein dann gerne ist einfach so maximal scheiße gefahren okay wer beim nächsten beim ersten wuuu warte komm lass wette machen wuuu 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 Ich sag's aber, deine ist dumm, der andere ist kindlich. Aber wen meinst du mit was? Hast du Skrullus nicht mitgenommen? Nee, Digga. Ich dachte, du hättest die. Hey Skrullus, wo bist du denn? Ich dachte, du hättest die. Ich dachte, ja, das war das Problem, dass du angefangen hast zu denken. Ey Skrullus, du hast die noch immer mitgenommen. Digga, jetzt bist du da gestunken im Auto. Wir reden mit mir, als wäre ich so ein Hund. Du bist auch immer mit ihm in den Gassen gegangen. Du hast ihn doch mitgenommen. Ey Leute. Bro, er hat einfach zu krass gestunken. Oha, im Keller, wir müssen hier in das Junkiehaus rein. Ich zimm das Junkiehaus an, Leute. Wir sind einfach bei Skrullus zu Hause. So, jetzt Ausdurchsuchung. Ausdurchsuchung. FBI, open up. Weg von den Fenstern. So, das ist einfach schon wieder maximal ein Bruch, Bruder, Style hier. Das ist gut, Leute. Aber das ist voll geil, aber man kann zum ersten Mal in das Haus rein. Das ist seit sieben Jahren, ist das Haus hier in dem Spiel drin. Kann man doch so rein? Nein, hä, man kann... Im Online... Doch, man kann die ganze Zeit rein. Man konnte hier noch nie rein. Oh, man konnte das schon immer rein. Was ist schon immer? Schon immer. Das ist dumm, Digger. Ihr redet einfach schmutzig. Sieht mal, wie viel Ahnung ihr habt. Junkies, rauskommen! FBI! LOL. Ich habe hier einfach Skrullus Mutter in der Ecke gefunden. Ah, Leute, jetzt geht er auf Mutter. Leute, jetzt geht er auf Mutter. Leute, ich kann nicht, komm her. Leute, er geht auf Mutter. Siehst du das? Er geht auf Mutter. Nee, das ist nicht Skrullus Mutter. Das muss das voll vertan. Nee, also das ist scheiße. Nee, 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 das ist scheiße. Das ist scheiße, das ist asozial, das ist asozial. Vor live zuschauen, vor live zuschauen. Und das, und dann nicht mal 100 Euro donaten, so weißt du? Und dann nicht mal die 100 Euro. Weißt du, erst eh, nee, Digga, sag dir ehrlich, komm her, Max. Ja, Leute, aber nicht im Online-Modus, im Single-Player, ja, aber im Online-Modus. Nee, Max. Da sieht man einfach wieder, wie viel Ahnung ihr habt. So, einfach die Junkie-Bootie abgefackelt. Ich werde das jetzt hier alles niederbrennen, so. Hast doch die Junkies in Ruhe. Da kommt ein Gegner, da kommt ein Gegner. O'Neil, Bruder. Die müssen die Schlüsselkarte, die ist drungen, aber auch die O'Neil, Bruder, die kennt man doch echt. Ja, das ist ein drungen, aber echt, die kommen angefahren. Ja, das wundert mich nicht. Die kommen mit dem Kaisers. Ich halte die O'Neil-Brüder aus. O'Neil-Brüder versus Einbruch, Bruder. Die O'Neil-Brüder sind am Arsch, würde ich mal sagen. Wir sind hier am Arsch, Brüder. Die Arsch, die Arsch, die Arsch, die Arsch, der meint noch. Der meint noch. Sehr gut, sehr gut. Jetzt ist er weg hier. Im Online-Modus nie, sage ich doch. Das war Single-Frame. Hab ich wieder recht gehabt. Jungs, kommt mit. Ihr müsst in den Keller mit. Ah, ah, lol. FBI! FBI, opa, ey, da kommen noch Gegner außen. Ich mach die weg. Äh, wie kommt man da rein? Ah, hier. Ah, schon kaputt. Schon kaputt genug. Auf geht's. Ey, Leute, wie geht man denn hier in den Keller rein? Ich sehe ja hier schon wieder... Ah, ne, wir haben schon dann wieder zur Kasach. Rückzug, Leute, Rückzug. Die Junkies wurden hochgenommen. Ne, ich bin von Max immer noch enttäuscht. Ja, ich auch. Also, ich sag mal, so klar, man kann ja Spaß noch alles machen und so. Aber das geht auch zu weit dann irgendwann. War ja auch alles lustig, bis halt die Grenze überschritten worden ist. Ey, Max! Okay, ich kann nicht ab, Digga. Nein, ich mach nicht. Ich mach nicht. Kleiner Prisser, Digga. Ich wollte doch gar nicht machen. Ehrenloser. Ich wollte doch nur erbrechen, Digga. Mensch, nicht gesehen. Ich wollte doch gar nichts machen. Schmutz. Ihr könnt jetzt erst mal laufen, Digga. Ihr könnt jetzt erst mal laufen. Ihr könnt nach Hause gehen. Nee, also, du musst auch nicht mehr bei uns im Team, Skrulls, würde ich sagen, oder? Es ist einfach schon wieder dieses maximale Trolling hier. Lass einfach wirklich unser Ding alleine machen. Das war für die Sprüche von Skrulls und für die Aktion mit den 100 Euro. Sprüche, wir haben deiner Freundin heute ein Geschenk gemacht, ein unangbares Stück Scheiße. Dann machen wir Wetten und alles und du zahlst keine 100 Euro hier. Und das haben bei mir, gucken mehrere tausend Leute zu. Du betrügst mich. Also, Leute. Du kriegst den Hals nicht voll. Das Ding ist, Wettschulden sind Ehrenschulden. Er will von einem langjährigen Freund 100 Euro abziehen. Aber er hat keine Ehre. Skrulls nennt mich kindisch und dumm die ganze Zeit. Der andere Freund will mir 100 Euro abziehen. Wir sind keine Freunde, aber gut. Er hat ein Einfamilienhaus, hat zwei Autos, reicht ihm nicht. Dass ich sage, der eine ist dumm, der andere ist kindisch und Max sagt, er nennt mich dumm und kindisch. Das ist auch mit sich. Warum müssen wir uns eigentlich mal bestellen in den Streams, ich check nicht. Bro, wenn du einfach Scheiße abziehst. Oh, einer schreibt bei mir rein. Crymax einfach neuer Sieb-Ex. Verdient aber, verdient. Aua, Digga. Ja, mit Sieb-Ex habe ich ja aber Stress. Das ist eigentlich schon Best Puma. Ja, okay. Das war das, Digga. Ja, Best Puma hat mir was gestanden. 17. Scheiße. Oh mein Gott. Guck mal, ich bin Stani, ich mache coole Tricks. Oh, guck mal, ich mache hier einen Trick. Ich fahre gegen den Berg. Ich bin Stani. Ich bin Stani und ich mache coole Tricks im Auto. Kannst du jetzt noch drücken? Nee. Oh, Leute, guck mal, ich bin Stani und mache einen Kickflip. Ich bin der beste Fahrer aller Zeiten. Ich bin Stani. Ja, wir werden nie dann fertig. Ich schwöre es dir. Das ist zu krass. Oh, guck mal, Leute. Oh, guck mal. Das war kein Unfall. Das war ein Kickflip. Ich bin einfach zu krass. Ich bin Stani, der Autofahrer. Genau hier wollte ich hin. Das ist zu krank, ne? Das ist zu krank, sag mal, ehrlich, was ich mache. Die Berechnung war wirklich gut. Die Berechnung war wirklich insane. So, Leute. Man nimmt menschlich auch nicht umsonst The Brain. Ja. Okay. Okay. Ah. Wer macht mit das zu essen? Ah, ich warte immer noch auf meine 100 Euro, Leute. Wie, die hast du noch nicht bekommen? Umlauf-Fährer-Trennen um 100 Euro machen. Was wirklich faires. Er hatte die 100 Euro noch nicht gegeben. Nein. Leicht sich 3,100 Euro. Ach, du Scheiße. Ihr bleibt sich breiten. 100.000 Leute haben das gesehen. Er macht halbe Wake-Aktion. Digga, schade. Digga, was man hier unterrichtet. Ich bin reich. Such mir eine neue Crew. Einer schreibt es, du bist so kindlich. Nimm mal nicht immer alles so ernst. Wow. Ey, also, Digga, er denkt halt wirklich, man macht mir ja ernst. Wow. Ey, ich suche mir jetzt eine neue Crew. Ich werde jetzt mit ID-Zock die Überfälle machen. Ja, dann mein Beileid, Digga. Ich suche mir mit D-King und ID-Zock. Schüsse von YouTubern, Leute. Spaß. ID-Zock ist doch irren Mann. Du hast dir aber auch lange überlegt, das nicht mal zu sagen. So. So, ich glaube, ich brauche eine neue Crew. Das ist gut, pass auf jetzt. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, super gemacht. Nee, nee, pass mal jetzt auf. Willst du mal fahren? Nein, nein. Pass mal auf. So, 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 so. Und so. Du kannst bei uns alleine machen. Guck mal, das ist geil. So was ist geil. Selbst GTA sagt. Du kannst alles alleine machen. Du brauchst die Idioten nicht. Selbst GTA sagt das. Oha, oha. Das war gut. So, okay. Ich werde jetzt auf euch warten, bevor wir reingehen. Das war das echt geil. Ich habe den Boost schon nice. Ich habe noch einen starken Weg. Das ist eigentlich ganz nice. Das ist eigentlich ganz nice. Jungs, ich will euch ein Friedensangebot. machen. Ja, zahlst du deine 100 Euro. Donate jeden 100 Euro. Ach, in euch geht es halt echt nur ums Geld, ne? Weil ich ist die Freundschaft nix wert. Nee. Einfach schade. Und die, ja. Und die ist sie nicht mal 100 Euro wert. Also, pass auf. Ich sage jetzt mal ehrlich, weil Skrulls ja mein Kollege ist. Ich will, dass du mir 50 donatest in Skrulls 50. Als 100 Euro, so, weißt du? Leute, ihr wisst, Skrulls, denen geht es finanziell nicht so gut. Das wäre natürlich jetzt schade. Deswegen will ich ihnen meine gewonnenen 100 Euro, 50 Euro abgeben. Skrulls geht nicht so gut. Was? Nee, passt auf, passt auf, Leute. Ich sage euch ehrlich. Holt auf Margera. Ich will von dieser Donation gar nichts haben. Skrulls geht aktuell finanziell nicht so gut. Und deswegen würde ich bitten, wenn Max donatet, bitte an meinen Kollegen Skrulls. Wenn, dann müssen Skrulls uns 50 spielen. Nee, nein, ich will drauf verzichten. Willst du, kannst du bitte Skrulls die 100 Euro donaten? Ich will drauf verzichten. Nee. Da muss Skrulls nicht fair. Da muss Skrulls nicht fair sein. Der hat ja finanzielle Probleme. Und du hast eine Wette verloren. Und dann ist Skrulls 100 Euro. Digga, er weiß nicht wie am Ende des Monats die Miete bezahlen. Das ist einfach nur noch schade, Alter. Erstmals hast du in Wettschulden nicht. Ein ganzes Fußballteam an Anwälten. Ich hab gar nichts. Ja, und da geht auch mal ein ganzes Geld drauf. Das ist schade, Digga. Dann sollst du da vielleicht mal einen rauswerfen von deinen Anwälten. Digga, das ist einfach nur traurig, Alter. Da klagst du gegen die größten Anwälte, die es gibt, Digga. Und dann kommt so ein Freund. Nee, das finde ich auch nicht. Ich wollte dich noch unterstützen. Ich wollte dich noch zu kochen, ne? Ja, das war noch ehrenhaft von Standweiter. Nee, also ich will das Geld auch nicht haben, Max. Ich kann mir das Scheißgelaber hier echt nicht mehr anhören. Klaus, Rainer, Dankeschön für Ehrenmann. Klaus, Rainer, Digga. Klaus, Rainer. Klaus, Rainer, also zieh das zurück. Ja, zieh das zurück, Klaus, Rainer. Zieh das zurück. Donate hier. Jetzt wollen sie mich finanziell noch sabotieren. Ich hab ein Haus zu zahlen. Und wollen mich jetzt auf die Straße setzen. Das sind Freunde. So, jetzt wollen wir die Safe-Kombination. So, dann zeigt mal er jetzt hier, was man jetzt macht. Zum Casino. Hey, ich find's schade, Bro. Ich sag dir ehrlich, ich... Also, so menschlich gesehen, hab ich mich sehr getäuscht. Sehr, sehr getäuscht. Komm mal, warte, warte. Ich muss euch jetzt was vorlesen. Julian donatet hier grad 5 Euro. Und er schreibt, gar kein Bock mehr. Immer Beef mit Stani hört aus damit. Den Leuten, denen tut es einfach weh. Ja, dann einfach Wettschulden bezahlen. Und dann ist es hier drauf. Genau, einfach ehrenvoll bleiben. Dann passiert das ja nicht. Dann passiert das auch nicht. Zwing doch deine Freunde nicht, sich mit dir zu streiten. Warum provozierst du das raus? Ja. Was redest du für ein Schmutz, Digga? Das ist genauso, wie wenn du den Vertrag... Nein, ich will, dass du erst mal die 100 Euro Skolos donatest. Der Donatet hat das in der Beschreibung. Du betrügst bei einer Wette. Nein, dann können wir gerne wieder Freundschaft schießen und alles drum und dran. Aber anders sehe ich da leider wenig Hoffnung für, muss ich sagen. Dann wäre alles gut, dann wäre ich mir schätzen. Okay. Ich würde mir wünschen, dass die Community von Max da auch mal ein bisschen auf mich einredet und die mal in die richtige Richtung lenkt. Ich kann mit dir alle gemeinsam wieder mit Freude spielen können und nicht, dass sowas... Ja, ich kann mich nicht zwischen uns stehen. Schade. Nein, ich finde es halt auch schade. Alter, war ein nicer Trick. War wieder ein sehr, sehr cooler Trick. So, nee, nee. Naja, kann jeder das alles für sich selber entscheiden. Die Leute haben ja einen eigenen Kopf, um sich Gedanken zu machen. Ich würde gerne Max meine Meinung sagen, aber er hat VIP-Chat extra angemacht. Ohhhh. Das ist schade, Max. Ey, deine eigene Community. Die will dir ins Gewissen reden. Die helfen. Das ist freundlich auf die Ratschläge. Deine Community. Nein. Ulf hat gerade 100 Euro donatet und hat geschrieben, wenn Max es nicht macht, mach ich es. Auf mich ist Verlass. Zuschauer. Aber... Ein Zuschauer hat mir gerade 100 Euro donatet. Das ist krank. Nein, ich kann mich jetzt... Ein Zuschauer hat mir gerade 100 Euro donatet. Ich werde mich... Ja, das ist krank. Das ist krank. Das ist krank. Liebevoll gemeint, aber leider haben das nicht von Max am Ende des Tages. Ey, das ist krank, Leute. Herz. Ey, Ulf. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Digga, für die 100 Euro, Alter. Ey, Ulf, du bist crazy. Ich hab doch gesagt, du hast dein Geld sparen. Ey, vielen, vielen Dank, Ulf, für die 200 Euro, die du hier rausgehauen hast. Ey. Du hast schon so viel die donatet. Das ist so insane, ey. Spar lieber das Geld. Für miese Zeit. Du weißt Bescheid. Danke dir wirklich. 100, 200 Euro. Danke, danke, ey. Und vielen, vielen Dank abonniert Max und Philipp für die 10 Euro hier. Ja, Hochzeit ist erstmal abgesagt wegen Corona. Erstmal vorbei. Leider. Kann man nichts machen. Ja, also ich sag dir ehrlich, ich hab mich mit Max auch getäuscht ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Tut weh oder so, weißt du? Ja, ich fühl das selber. Er war mal ein Freund, er war echt mal ein Freund. Ich bin jetzt bereit, mich wieder zu muten, aber dann will ich, dass die Diskussion aufhört. Ach so, du bist also bereit zu bezahlen. Das finden wir super. Das finden wir wirklich super. Ey, ich werde mich wieder muten. Ja, ich suche jetzt hier, ich mache jetzt die Mission. Ihr seid immer mit Geist beschäftigt. So, Bild anhangen, ja. Nimm den auf. So, gehen wir jetzt mal ins Casino rein. Mal gucken, was da abgeht. Genau, gucken wir mal da ein bisschen herum. Ein bisschen Geld verspielen. Ach Gott. Seja, dankeschön Cookie Power. Die 100 Euro am besten erspielen. Ich finde es auch schade von den Jungs, dass sie immer noch so weitermachen. Ich habe zweimal schon angeboten, es zu lassen, aber... Zumindest zum Aufzug. Ja, ich bin unterwegs. Wir waren eins, waren wir mal Brüder. Gibt es hier auch eigentlich eine schöne Aussicht? Kann man oben mal irgendwas runtergucken? Eins, waren wir mal Brüder. Ey, Scroos, können wir jetzt die neuen Einbruch-Brüder werden? Wir können in deinen Einbruch-Brüder werden. Sag mal, Einbruch-Brüder. Einbruch-Brüder, weil wir sind ja Brüder. Ja, hört sich bei dir auch viel cooler an. Boah, wir müssen jetzt die Rubio-Suite suchen. Ey, wir sind hier in den überkrassen VIP-Locations. Das tut einfach nur weh. Oha. Tut einfach nur weh, wie man von allen seiner besten Freunde... ...einen von seinen besten Freunden hier einfach ausgetauscht wird. Einfach, so leicht ist man dann halt ersetzbar für manche Leute. Leise, wir sollen leise mal mit Schalldämpfern. Überraschungsmoment auf unserer Seite. Schalldämpfer in, man. Oha. Daniel, bombe ich mein Auto reingemacht. Ja, danke, Live-Chat. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ihr seid halt stabil. Ihr wisst halt, wer die 31er sind. Sicherheitschef sollen wir suchen. Auf Boden, Zugriff! Ey, Atto! Ballunggriff! Wir sollen den Sicherheitschef suchen, Jungs. Der muss sich alle wegknallen. Der schießt auch nicht für stark Zugriff. Gar nicht, wir hätten leise auch mit den quatschen können, Idioten. Ja, aber Max hat geschossen. Oh, 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 oh. Hinter mir ist einer aufgetaucht, Jungs. Ja, die kommen auch von draußen, kommen die auch rein. Yo, es gab King, was geht? Dankeschön. Ja, Bro, wir waren ganz normale Party-Gäste. Oh, jetzt ist egal. Jetzt stürmen wir die halt. Jetzt machen wir halt Action. Machen wir halt Action-Checksen hier. Ist doch halb so wild. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn. Bei mir läuft Philipp die ganze Zeit mit Fäusten. Oh, sehr gut. Wo ist die Tasche? Wo ist hier die Ware? Hier bei ihm. Hier ist Sicherheitschef. Ich nehm ihn. Ja, ja, ich mach's nochmal. Ich suche den Sicherheitschef. Wo ist die Save-Kombination? Da in seinem Blut haben wir's gefunden. Okay. Ich brauch nur eine Panzerung, ne? Ja, wir müssen gleich mal Panzerung kaufen. So, ruhig dich. Alles gut. Wir wollten nur den Sicherheitsmann. Verlasse das Penthouse. Das ist einfache Mission, Leute. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Was für Anfänger. Achtung, ey, ey, ey. Die sind auch hier, die sind hier. Okay, links gesichert. Rücke vor. Philipp, auf deine Worte kann ich ja vertrauen. Ja, bei mir kannst du sicher sein, dass ich deinen Rücken schütze. Ey, Jungs, warum provoziert ihr denn die ganze Zeit? Weiß, da reicht doch jetzt mal. Lass dir jetzt mal die Mission machen. Ich sag mal so, wenn jemand hinter dir ist, ich lass dir nicht in den Rücken schießen. Danke dir, Bruder. Kein Ding, du bist ein richtiger Einbruch, Bruder. Ich mach mich noch hoch, das würde ja zu dir passen. Mach ich nur, wenn du machst. Ey, guck mal, Leute, da macht der Haftbombe an mein Auto. Du hast doch auch an mein Auto dran. Hab mich nicht. Wo sind Haftbombe? Zeig's mir. Zeig mir eine Haftbombe, die ran ist. Ach, der Live-Chat lügt also. Naja, haben sie ja von dir. Du willst ein, ach. Du willst also die Computer als Lügner darstellen. Haben sie ja von dir, ja. Schade. So der Vater, so die Söhne, ne? Ich wollte auch nur mal eine Frage, weil du ja auch immer auf den Chat gehst, Max, habe ich auch immer noch eine Frage. Hat dein, an den Chat von Max, habt ihr auch schon mal euren besten Freund abgezogen in 100 Euro? Oder habt ihr mal rausgehalten? Wie sieht das denn bei euch aus? Nein, das reicht doch jetzt. Ich hab keinen Bock für zu respektieren. Oh, ha. Gebt sich auch die Eier, ey. Oh, das war heftig, Digga. Boah. Hey, it's Lester. Ich fühl mich sehr, sehr fand. Einfach Hintergang. Können wir das jetzt sein lassen, Jungs? Alles wieder gut, oder? Hast du Natal-Screws oder was? Ich hab das Geld nicht bekommen. Ich weiß auch nicht, wovon ich rede. Ach so, okay. Ach, Vega, nee. Ich wollte aber nochmal, das Ding ist leider aufgrund der Diskussion, keine Zeit mehr zum Glückwunsch sagen. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Philipp. Du hast das Rennen ja wirklich souverän gewonnen, ne? Ich mach auch mal gratulieren. Also wirklich sehr gut gemacht, Alter. War ein spannendes Rennen zwischen beiden, muss man ja sagen. Was der Philipp ja ganz klar gewonnen hat. War auch ein faires Rennen, muss man sagen. War auch fair, natürlich. Philipp hat er extra nochmal gewartet gehabt. Dann haben wir neu gestartet und so. Er hat er extra nochmal gesagt, ich soll warten und so. Dann hab ich gewartet, wie ist das? Genau. War knapp, war aber knapp, ne? Ja. Warte mal, ich hol mal schnell noch Schutzeruniform. Ja. Schnell noch Dings holen, Leute. Panzerung. Ein Bruch, Brüder! Ein Bruch, Brüder! Das war, wenn er sich enthütet. Siehst du das, wenn er sich enthütet? Ja. Ja. So, Leute. Wenn wir jetzt auch schnell Panzerung holen, dann geht's weiter. Wie viele Missionen haben wir eigentlich schon gemacht? Ein paar müssen wir noch. Das sind halt diese Beschaffungsmissionen, ne? Die sind halt einfach nur viel Fahnen. Das ist eigentlich das nervigste hier. Schönen guten Tag! Oh, endlich! So, Leute. Hier schön. Panzerung mitgenommen. Munition haben wir genug. Lass mal noch Snacks kaufen. Die sind hier um meine Ecke. Naja. Das ist einfach schön. Ähm. Sollen wir gleich die nächste Mission machen? Zu zweit dann? Ich glaube, zu zweit werden wir das auch einfach besser packen. Ja, ich würde ja gerne zutritt. Weißt du? Ein Team. Als Freude. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Hä? Ey! Digga, was hast du denn da gemacht? Warum holst du die Knarre raus, du Idiot? Ach, da wird man gesucht. Einbruch, Brüder! Einbruch, Brüder! Einbruch, Brüder! Einbruch, Brüder! Einbruch, Brüder! Wann kommt ihr denn? Wir sind die Einbruch, Brüder! Da, Digga! Das Dreamteam in Los Santos ist zurück, Leute! Wir kommen jetzt! Das Dreamteam kommt, Max! Max, wo bist du denn? Ja, gut. Dann werden wir es nicht vermuten. Du musst hier so seitlich gleiten. Ja, das muss man aufpassen. Geht wirklich. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Doch, doch, doch. Scheiße! Mensch, nicht gesehen ist das doch scheiße. Warte mal. Habt ihr euch jetzt beruhigt? Habt ihr euch jetzt beruhigt, Jungs? Was denn? So, können wir jetzt normal die Mission weitermachen? Ja, mach jetzt weiter. Ja, gut. Screws, pass auf und lernen. Ja, alles klar. Jetzt kommen wieder seine Krankenpfiff. Ja, okay, krass. Hat der lang gedauert. Jetzt ist hier so ein bisschen diese angespannte Stimmung. Jetzt ist hier ein bisschen diese komische Stille. Dieses Unangenehm, was man einfach hätte mit 100 Euro bereinigen können, ne? Alter. Der Live-Chat. Die Leute schreiben Realtalk schon so. Es nervt. Talk doch bitte einfach. Ich will einen spannenden Stream gucken. Ah! Wo seid ihr denn jetzt? Wir stecken im Stau. Wir haben ein paar Hindernisse vor uns. Leute, das war das letzte Mal, dass ich Mission mit denen gemacht habe. Letztes Mal. raus. Nein, 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 warte, warte, warte. Ich zeig dir, dass es aufgeht, Digga. Pass auf. Soll ich gar nix mehr. Spielt alleine, ja. Einfach alleine spielen. Schade, Mann. Schade, Mann. Ich dachte, wir haben Freunde jetzt, bis die mit so einer Aktion kommt. Ne, wir sind ja auch Freunde. Aber kommt doch jetzt mal bitte her, dass wir die Mission weitermachen können. Was war denn das gerade? Das war ein Attentat. Ja, ich merke schon. Das ist doch scheiße, Leute, was ihr macht, dass ihr so Auge macht. Warum schießt ihr denn jetzt Raketen auf mich? Guck mal, guck mal, die sagen alles gut und machen weiter, ihr Faxen. Hä? Ihr schießt Raketen auf mich, ihr Bummis. Würden wir niemals machen. Auf Freunde schießt man doch nicht. Ich seh euch doch. Auf Freunde schießt man doch gar nicht. Ich seh euch doch mit der Sniper. Wir halten uns auf Silvester vor. Was redest du? Ja, Silvester, Leute. Leute, man dürft keine Böller kaufen. Aber wenn man noch Böller hat, dann kann man die verknallen, habe ich gehört. Ach. Ja. Hast du gehört? Ja, ja, weiß ich. Was du dir falsch gehört hast? Die Leute gehen raus und kommen dann im Knast wegen dir? Nein. Also, gleich ist das jedes Bundesland unterschiedlich, aber ich habe das gehört. Nimm doch die Mission einfach an, die nächste. Ich kann doch nicht. Warum nicht? Weil das nur der General machen kann. Das ist doch scheiße. Der Live-Chatter empfiehlt mir wirklich schon alleine zu spielen. Der Live-Chatter hat doch gar keine Ahnung, Mann. Der kann doch nicht nur bis 13 alleine. Ich werde jetzt ID-Zock fragen, ob er noch einen Mate braucht. Ruf mal ID-Zock an. Ich ruf Zimax an in der Zeit. Ruf mal ID-Zock an. Ruf mal ID-Zock an. Wenn du für Streit gesorgt hast, was können wir dafür? Wo habe ich denn jetzt euer Auto hochgejagt? Bro, du hast auf G gedrückt und dich ist hochgesprengt da hinten, Idiot. Das ist korrekt mit einer Haftbombe oder sowas war das. Ja. Meinst du nicht schon das Geile? Jagd doch mal die Polizei hinter und so. Ja, jetzt bedroht er mich auch noch. Geil. Hey, Digga. Er hält mir eine Knarre am Kopf. Eine Langwaffe, Mann. Eine Langwaffe. Ihr seid echt schnitzende Spieler, die ich jemals hatte. Nee, geh vor, bevor du mir Messer in den Rücken rammst. Danke. Wir sind in einer Organisation. Wir können uns nicht abknallen oder so. Du hast eine Sonderfunktion. Das habt ihr Bummis auch vorhin nicht gecheckt, als ihr mich mit einer RPG abschießen wolltet. Ja, Brox hatte keine Lust auf uns gehabt, weil wir zu gut sind. Ja, Brox hat sowas angedeutet wie Max. Ich hätte die Brox einfach abhauen sollen mit den Idioten hier. Wenn Brox seine Worte waren, im Krieg kann ich mich eigentlich auf fast alle verlassen. So, komm, nächste Vorbereitungsmission. Fingerabdruck-Klongerät. Okay. Nehmen an. So, begib dich zum Lagerhaus. Nach Heiß kann man die Inseln im freien Modus betreten. Nee, glaub ich nicht, oder? Okay, können wir jetzt wieder Freunde sein und als Team spielen? Ja, fänd ich auch schön. Das fänd ich sehr, sehr schön. Oha. Selina will gleich das Abo löschen. Nein. Ach du Scheiße. Wie geht denn der Scheiß hier? Und we don't know where they are. Only that they are on the mainland. Schütze ihn nicht. We find them. Go to the GPS location I sent you. Hä? So. Hä? So raus aus meinem Auto. Er hat uns einfach rausgeworfen. So, jetzt dürft ihr einsteigen. Nee, Digga. Nee, ich schwimme lieber. Ich schwimme lieber. Ich schwimme lieber. Jetzt dürft ihr einsteigen. Digga, der wollte gerade, dass wir ertrinken, ertrinken, digga. So krank. Ich hätte gerade auch keine Rückmärkte. Fast gestorben. Nee, nee, nee. Steig da hin. Nee, nee, du. Steig da hin. Bro, ich schwimme. Alles gut, alles gut. Ich schwimme. Wer uns einfach aus dem Auto rausschmeißt, dass er jetzt würde mal aus der eigenen Wohnung rausgeschmissen werden. Nach einer Einladung. Ja. Ja, komm her. Ich will einsteigen. Okay, komm. Fahr uns mal zur Straße. Fahr uns mal zur Straße. Komm, steigt ein. Steigt ein, meine Freunde. Digga. Warum wir jetzt mit ran? Fahr zur Straße. Fahr zur Straße. Oder dein Auto will platzen. Ey. Die nehmen mich einfach als Geisel hier. So ein Ding ist das. Einfach als Geisel genommen von seinen Freunden. Ich lösche das Abo. Ey. Ich lösche auch mein Abo. Bei der Crime ist jetzt ab. Boah, Leute. Nächstes Mal spiele ich mit Miley in die Mission. Das ist eine gute Idee. Mit Miley. Die würde mir, glaube ich, nicht so in den Rücken fallen. Ja, stimmt. Da könnte ich dir nämlich auch noch viel beibringen. Skudos hat einfach zu viel RP gespielt. Der ist geistig verwirrt. Ja, Leute. Da liegt der mich ja noch als geistig behindert quasi im Stream live. Was hast du gesagt? Ich habe verwirrt gesagt. Ja, ja. Komm, wir wissen alle, was du gemeint hast. Okay. Leute, ich drück G, wann ich das für richtig halte. Ey, er macht einfach eine Habtbomb an dein Auto dran. Ja, was du schon dreimal hintereinander gemacht hast. Ich habe euch abgeholt. Ich habe das Kriegsball begraben und du machst weiter. Du hast mein Auto gerade hochgejagt. Nein, habe ich nicht. Darauf hast du. Alter. Selina Schettler. Ja, was geht. Ey, ey, ey. So, wir sind jetzt gleich da. Was machst du denn hier? Ich habe kurz angegriffen. Überwachungskamera. Überwachungskamera. Ey, Max. Das holt nur. Max, bist du doof? Ich bin schnell reingegangen. Geht einfach schnell rein auf jeden Punkt. So. Ey, Achtung, hier sind die Gegner. Ich helfe dir Philipp. Danke. Danke. Ich bin da. Ehre. Ehre. Ich habe alle. Ich habe alle. Da war einer der zugeguckt von uns, aber egal. Ich habe Angst, dass er mich erschießt, Leute. Alle Leute, die auch schon mal in der Situation waren, dass mehrere Leute auf einmal auf eingegangen sind, die lassen jetzt mal, machen eins jetzt in den Chat. Wenn einfach Leute zu zweit auf eingehen. Schade. Das zeigt schon, was für eine Art von Menschen hier sind. Raus auf dem Auto. Hör doch auf Unschuldige zu erschießen. Ey, du kannst einfach nur böse sein, ne? Du willst nicht auch einfach meinen Freund zu fremden sein, oder? Du musst niesen. So, wir müssen jetzt zum Archiv. Macht hin. Sorry. Gesundheit. Danke, Max. Vielen Dank. Es ist nett von dir. Ich wusste nicht, dass du auch was Nettes sagst. Skrullus, komm zum Auto. Du kannst mit einsteigen. Schnell, komm rein Skrullus, komm rein Skrullus. Ich werde dir die ganze Zeit ausgegrenzt. Moment kurz. Ich muss auch kurz gucken, ob eine Haftform hier irgendwo klebt. Nicht, dass wir wieder von uns von Freunden sabotiert werden. Ich bin doch schon nur ganz anders. Begebt euch zum Archiv. Wir gehen jetzt zum Archiv. Ich bin einfach zu nett für die Welt. Guck mal, jetzt schießen sie schon wieder von hinten auf mich. Wir geben denen nur Feuerschutz aus. Das merkst du ja nicht. Bewerte dir einfach das Verhalten selbst. Bewerte dir einfach das Verhalten selbst. Bewerte dir einfach das Verhalten selbst. Zu zweit in der Gruppe gehen wir auf einen. Du kannst aufhören jetzt zu hetzen, Max. Wirklich. Jeder hat schon mal das Gefühl kennengelernt. Bro, da haben Leute auf die geschossen. Wie haben die geholfen? Ob das in der Schule, im Kindergarten war. Ja, der hat ja immer auf die seine Frau gestossen. Das war bestimmt der Freund oder so im Spiel. Auf die wurde bestimmt Kopfgeld ausgesetzt. Dafür können wir ja nix. Er denkt, wir spielen Fortnite. Muss man aufhören immer zu jedem unfreundlich zu sein, den Leuten besser in den Rücken zu rammen. Er denkt, wer ist Mandalorian. Leute, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir mal wieder als Team spielen würden jetzt. Ich auch, ja. Ich auch. Können wir das jetzt mal machen? Gut, dass wir schon drinnen sind im Archiv. Fehlt noch jemand? Nee, ne? Finde das Fingerabdruck-Gerät. Nee, ich bin gleich echt raus, Digga, ehrlich. Hier ist das Finger. Screws, ich hab das Gerät. Komm schnell raus. Komm schnell raus. Ey, wir sind echt ein gutes Team. Die Einbruch-Brüder. Einbruch-Brüder. Ey, wie in alten Zeiten, Leute. Wir sind hier einfach eingebrochen und haben das Fingerabdruck-Gerät geklaut. Einfach geil, Alter. Guck die das. Ahaha. Sabotage im Slug. Sabotage im Slug. Sabotage im Slug. Come on. Ey, Max. Sorry, Digga. Wir haben wirklich gerade, wir haben ihn drinne besprochen, dass wir jetzt einfach aufhören und dass wir Freunde mit dir schließen wollten. Ach ja. Du greifst uns gerade mit Haftboppen live on Zoom an. Ich spuck einfach auf euch. Was? Ich spuck einfach auf euch. Ich spuck einfach auf euch. Was tust du? Ja, ich spuck auf euch. Ey. Wow. Ey, das ist... Wow. Wow. Streit... Wow. Streiten in der Freundschaft ist das eine, Leute. Man verträgt sich. Ehrenlose Menschen seid ihr für mich. In meinen Augen seid ihr einfach nur ehrenlose Menschen. Guck mal, wie viele RPGs mir hinterher fliegen. Oh mein Gott. Leute, wir haben einfach Hops genommen. Elias, danke, dass du mir ansiedscht hast. Also, nächstes Mal spiele ich mit Maylin diese Mission, sag ich ehrlich, Leute. Nicht mehr mit Max. Kommt, kommt jetzt bitte einfach zum Ufo. Digga, willst du mich verhagen? Du hast unser Boot hochgejagt. Das ist ein Auto. Auto hochgejagt. Wie soll mir denn denn ein Auto hochgejagt? Wie soll mir denn denn ein Auto hochgejagt? Sure. Au. Ey. Wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, hole ich euch ab. Pfff. Ich sag dir ehrlich, lieber spiele ich noch... Lieber mache ich die Mission erst in drei Jahren fertig, als ich mich abholen sollst. Dann ist aber Frieden hier. Ey, Leute, wir müssen aufpassen. Hier haben wir letztes Mal ein riesen Krokodil gefangen. Ein Cabrio. Frieden wäre gewesen, hättest du nicht unser Auto schon wieder hochgegeben. Und Arnon bietet mir auch an, dass er mit mir die Dinger zurückt. Danke, ja. Ja, ist ja auch korrekt von den Zuschauern. Aber die sind ja auch nicht betroffen, so wie sehr von dem Fall. Die wurden ja auch nicht abgezogen von dir. Ja. Ja. Da kann ich Einbruch, Bruder, Screws, nur das unterstreichen. Das heißt, das war einfach so unser Ding. Das ist einfach so geil wieder, dass die Einbruch, Brüder zurück sind und alles, dass wir jetzt zusammen Missionen machen und alles. Das ist so einfach unvergänglich. Haben die gesehen heute, wie wir als Team da reingegangen sind? Bam, bam, bam und so. Zu krass. Die Einbruch, Brüder einfach. Leute, das ist einfach geil, Mann. Können wir jetzt mal aufhören zu provozieren? Die alten Einbruch, Brüder sind tot, falls ihr fragt, wo die sind. So, ich bin da. Alter, aber das tut ja einfach nur weh. Warte, komm, wir treffen uns beim U-Boot, dann will ich kurz mit euch reden. Ne, du wirst du leider schon, ich schon meinen. Also, wir können jetzt, pass mal auf, wir können jetzt auswählen für die Mission. Wie wollen wir vorgehen? Einmal als Aggressor, Hallo, wie gehen wir vor als Aggressor, Verschwörer, Meisterschütze, Saboteur, Scharfschütze oder Schalldämpfer? Ich bin für Scharfschütze. Ich finde Scharfschütze auch geil. Dann müssen wir so Hitman-mäßig, weißt du? Aber Scharfschütze hat nur eine AK, Meisterschütze hat einen Sniper. Na ja, dann also mit Sniper auf jeden Fall, das mit Sniper. Ja, würde ich auch sagen, Leute, das finde ich auch geil. Was werden wir machen? Komm mal hier aufs Dach von dem U-Boot. Zielbestätigung, unregistrierte Waffenarsenal, Superschütze, Scharfschützegewehr, AP-Pistole, Molotow, Cocktail und Messer. So, wo seid ihr? Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur nächsten Mission. Nein, wartet, chillt mal kurz, chillt mal kurz. Wartet mal auf dem U-Boot. Warum? Wartet auf dem U-Boot, wir werden jetzt reden. Ja, lass das am Land machen, nicht am U-Boot. Nein, 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 hier aufs U-Boot. Hier ist ein schöner Ausblick. Hier ist ein schöner Ausblick. Nimm ich mit. Ach, ist ja nur ein Zwei-Sitz, habe ich schon wieder vergessen. Schade. Ach, ist ja schon wieder nur ein Zwei-Sitz, habe ich ja schon wieder vergessen. Wenn ihr jetzt sich am Land wartet, dann werde ich hier jetzt mein eigenes Ding machen. Letzte Chance jetzt. Letzte Warnung oder was willst du uns warnen, dass du uns nochmal abziehst? Nein, letzte Chance jetzt, das zu klären. Ansonsten ist für mich vorbei. Okay. Gut. Ach. Selina Shetler, sie war die, die Abo gelöscht hat. Boah. Ja. 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 Steig ein, Bruder. Steig ein, Digga. Ich sag das nicht mehr, Selina. So, seid ihr jetzt am Land? Ja, was willst du denn? Ja, komm mal zum Strand. Willst du wieder Aftbomb gegen uns werfen oder was? Nein, ich werde nichts mehr machen. Also, ich rechne wieder mit einem weiteren. Äh, ich auch. Na ja. Nein, nein, nein. Guck mal, die Schieße. Du wurdest angegriffen, da war ein Hai. Ah. Alter, zu krass. Das ist ein Hai einfach im Wasser. So, kommt ihr jetzt raus? Warum? Nee, ich will nicht, dass du einsteigst hier. Ich will nicht aussteigen. Nein, ich will ja, red doch, ich mach Fenster runter. Ich mach Fenster runter. Wir klären das jetzt hier oder ich werde jetzt selbst. Ich mach Fenster runter hier. Ich hab kein Bock mehr auf diese Diskussion hier. Ja, was willst du denn? Nein, ich will, dass du aussteigst. Wir müssen persönlich reden. Nee. Dann stelle ich mich vor euch, damit ich euch wenigstens in die Augen gucken kann. So. Also. Wollt ihr jetzt mal wieder normal spielen oder? Ach. Gut. Nee, nee, nee. Nee. Nee, Digga, nee. Ich spiele jetzt selbst die Mission. Ich spiele jetzt selbst die Mission, Leute. Nee, 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 nee. Er ist wirklich zu gut. Er schießt die Füße selber. Ja, shit. Weißt du, der ist fast Serious angepisst? wir sind viel schneller und effektiver ohne ihm das sei das ding ja die wollen damit spielen lassen aber er will ja nicht lade ich mal noch mal eine sitzung das ist ja warte mal jetzt habe ich die wiese gemein warum macht ihr das stellt euch mal vor x würde das bei euch machen wie würdet ihr das ja wenn schon sind ihre schulden ganz einfach was hast du mich gerade aus versehen eingeladen ich dachte wir uns die mission zocken ja würde ich gerne wäre dann kommt rein man kommt doch rein ich will nicht ausgegrenzt werden ich bin euch gerade nur hinterher gelaufen die mission sogar ohne mich gemacht was sind das für ein spielerlebnis für mich ja einfach nur was einsammeltiger ihr habt ihr da alle weggeknallt dann fahrt ihr ohne mich weg ja wenn der auto kaputt ist was für wieder dafür wird es ja bei uns einsteigen können aber du hast ja nachbommern unser auto geschmissen ich bin bereit mit euch zu schocken aber ich will dass es dann vernünftig läuft ja wir spielen noch vernünftig wenn ihr jetzt weiter provoziert bin ich wirklich raus ich meinte ernst ich bin raus dann ja ich bin für frieden ich bin auch für frieden aber ich habe keinen bock hier nur hinterher zu laufen ich bin für frieden was sagt stanni also ich finde wir sollten uns alle entschuldigen ja es fängt an bald noch enttäuscht in den 500 euro es war das einzige aber ansonsten ja also ich bin jetzt für an sollte geklärt gewesen auch ja genau ich muss gleich meinen stuhl schlagen weil ich so agressionen habe ich habe wirklich gerade agressionen okay dann spielen wir jetzt wieder im team okay sind wir ist jetzt wieder frieden ja ist frieden ich will es von stanni hören ja ist frieden ich sage aber dass ich enttäuscht bin darf ich sagen oder nicht okay was von was bist du enttäuscht ja wir haben den betrug was für ein betrug naja wir hatten ja ein rennen gefahren oder zu früh losgefahren bist oder nicht also ich habe sogar auf das gewartet gehabt ich kann mich an die worte erinnern ich habe ihn gleich eingeholt ich habe ihn gleich eingeholt das hat sich so angehört als wenn du am wettkampf teilnimmst ach so du warst dabei ist jetzt als ausgestehen dass ich ihn fast eingeholt habe stimmt ja auch aber dass von vornherein gesagt dass wenn du frühstatt machst dann bin ich raus so was hast du gesagt ja guck den stream also ich bin dafür dass wir uns vertragen oder leipzig was sagt ihr einzigen chat wenn wir denen immer eine chance geben sondern zwei wenn wir alleine zucken soll was sagt ich sage ich sag doch dass wir uns vertragen sollen alle hallo ich glaube ich auch aber stand hier ist ja doch 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 auch da aber das ist ein spiel wir müssen jetzt mal im team spielen wir müssen ja ein spiel sein wir dürfen uns nicht streiten wegen geld leute wir müssen jetzt mal wirklich gemeinsam im team agieren wir sagen uns jetzt machen das gemeinsam ja ich habe ich jetzt wieder wir abonnieren uns alle jetzt wieder wir uns alle wieder lieb und glaubt ihr mir tut es nicht wie wenn man so hört ja du bist ich auch mal in unsere lage gefühlt mir tut es mir tut es auch weh deswegen habe ich ja auch gesagt müssen uns alle entschuldigen wir alle einen fehler gemacht wo habe ich einen fehler gemacht ich weiß du ich sehe meinen fehler ein wir sehen uns den fehler ein aber wenn du jetzt zu stammeln nein ich sehe meinen fehler auch okay okay bin jetzt wieder da okay stanni los geht's wir holen jetzt unseren freund und wir holen jetzt unseren freund ab und dann geht's los leiten leite haben kann wirklich viele zwei reingeschrieben aber ich wollte ich vertraute ihm jetzt noch mal wenn jetzt wirklich pranken soll ich warte mal ganz gut sein chat betreibt finden das stattdessen die freundschaft zu dem hat mein chat die gönnen mir die freundschaft aber die glauben einfach immer noch dass sie mich pranken wollte ich habe mich kann ich habe heute hört auch damit ich komme demütig zu ich sage lass wieder freund sein ihr fahrt mich über den haufen nein das war eben da haben wir uns noch nicht vertragen da war noch der frust im herzen kann verstehen dass man sich da ein bisschen so wirklich ausgegrenzt fühlt wenn zwei auf einen ich verstehe das ja aber du hast ja auch nicht mal unsere seite verstanden ich bin auf meinem boot kommt okay wir kommen zu dem boot kannst du umdrehen standard skill wir müssen zu seinem boot naja ich komme gleich fahr direkt hin ich weiß direkt hin ich fliege hin so ich sehe dich gar nicht max doch doch du siehst mich ich kann mich nicht einstellen kannst du wirklich nicht aber wir noch in der mission sind von eben soja wenn ich mache das ding erst fertig oder oder du musst einmal das abbrechen oder so ja das ist nur diese bildung mission hier so scheiße mitnehmen so und sonst mag das hast du heute noch so vor mein freund ja ich werde meinen freunden GTA mission spielen der das schönes machen wir gemeinsam und danach was geht heute abend noch gehst du essen meinen koch ja das finde ich gut dass man sie gut erzogen hat ja aber meinen ist so gut wie kocht immer kann die kochen also kann die gut kochen schmeckt auch ja ja das macht schmeckt immer ich sag euch ehrlich ich kenne wirklich nur noch sehr sehr wenige frauen die auch wirklich kochen also ich kenne mehr frauen die nicht kochen können schade gut ich sag es ist ja auch immer selbst überlassen was man für ein bild oder wie man sich selbst quasi in welcher rolle man sich selbst sieht aber mein ding ist es wird vergangene frau die sagst du auch so kochen und die küsse frauen sagt magst du kannst du nicht mehr küsse aber ich meine sohn es gibt ja partnerschaften auch mit dem mann gern guckt oder so mein ding ist es nicht meinen sagt von sich selbst dieses frauen ding ist ihr ding deswegen passt es auf den vollkommen ja wo ist denn hier meine ganze fahrzeuge jetzt seit kurz die leute tüten lala schreibt auch sie kann gucken das ist auch ehrenfrau märz bei scroos der ist noch singen das liegt doch auf madeira das ist immer schönes wetter max seite einfach am verkoppeln das ist kinder auf mich bestellt ok ich werde ich werde auf tinder gehen dann macht ein video darüber wie ich meine traumfrau gefunden habe und die hergut haben findet ihr das ich werde über mein liebesleben berichten demnächst wie laufen mache ich so tages wie doch hallo wie doch nicht da leute wenn es leckt das liegt nicht an mein internet das muss an youtube liegen ich habe kein frame verlust also bei mir ist eigentlich alles normal leute das liegt nicht an mir leute die checken dass ich dass das nicht an mir liegt das liegt an youtube leute es liegt an youtube nicht an mir keine ahnung das liegt nicht an mir das liegt es liegt an youtube dass das nicht geht beim internet ist fein leute ich habe zwei internet leitungen da läuft alles wunderbar ich habe kein fremverlust ich habe eine eingearbeit leitung der extra legen lassen ich kann aber nicht dafür wenn youtube den stream nicht überträgt oder gar nicht leider nicht es tut mir leid aber jetzt scheint wieder zu laufen dann werden wir gleich die finale rubio mission machen mir leid wie gesagt das liegt an mir wenn du das nicht machst wie geht es wo ist dein internet das ist so schlecht ich sag dir ehrlich die schreiben sieht er mein internet obwohl sich mal an mein internet liegt so heißt es ist einfach nicht ja es liegt safe an youtube kurz beendet oder was war los nein keine ahnung da war einfach alles weg gewesen krass bei mir auf einmal mehr zuschauer meistens einfach das stream war aus also einfach aus mal wieder also das stream ist wieder an du bist wieder da stand also wenn er dabei kommen wollte kann doch bei ihnen da reinschauen wenn ich wieder max leute ich bin so ja mal aussteigen aussteigen hier wir sind jetzt da aber screws trittet nicht ein ja ich bin da ja vor allem die leute schreiben liegt an meinem internet obwohl es ja nicht an meinem internet liegt so weißt du die das war aber auf einmal ja also ich dachte auch irgendwie was bei dir irgendwas problem ist weil da auf einmal so 2k zuschauer mehr da waren so ich komme gerade rein ich komme gerade rein das ist halt immer so wenn der stream manchmal abkriegt ich steck es auch nicht guck mal ich hab kann nicht ein frame verlust oder so nicht ein frame ist hier verlust bei mir leute so jetzt lade ich dich ein so jetzt kannst du mitmachen max wir laden dich ein mein freund danke das war gerade real talk lustig das war die wahrheit was ich dir gesagt aber ich bitte das war vertraue dich real talk ey max ich hab das dem vertrauen gesagt stell dir mal wirklich vor jemand will echt so ne falsche ratte so die notwendige ausrüstungsmission wurde abgeschlossen finale freigeschaltet planungsphase kann nun beginnen um die erfolgschancen zu erhöhen weitere informationen sammeln optionale also wir können jetzt anfangen das finale zu spielen oder oh mein gott aber warte mal unterstützungscrew anheuern waffenarsenal ja wir müssen auf jeden fall noch panzerungen holen das ist zu wild sonst ich bin im schiff ich bin im schiff ja du musst rauskommen du musst rauskommen wir müssen einfach mal so viel heute vertragen damit wir wirklich eine gute gruppendynamik auch haben man streitet sich aber man geht durch dick und dünn wie in guten so wie auch in schlechten zeiten wer kennt das leute es ist alles vergessen wenn dann jetzt hochkommt ganz genau was sagst du wenn du jetzt hochkommst ist alles vergessen oh vergeben und vergessen komm hoch sonst ist scheiß für die gruppendynamik schade was ist so mit screws habe ich mich grad schon vertragen wir haben uns die hand gegeben wir sind wieder cool ist zwischen uns auch alles wieder cool stell dir vor wir geben uns jetzt die hand ja okay sag hand gegeben kannst du noch einen kuss links kuss rechts ich will dass wir uns noch drücken damit es wirklich wieder gut ist keine umarmung gib mir eine umarmung ne nicht finger umarmen nicht den finger umarmen ja sag hab dich lieb sag hab dich lieb ich werde die mission machen nein mit herz sagen jetzt alles gut jetzt jetzt wird rasiert ich sag mal so es war ja die ganze zeit alles cool zwischen uns das ding ist nur ich war nur enttäuscht er macht wieder weiter nein es ist doch alles cool ja es ist alles cool ich bin nur enttäuscht scheiße ich hab wir waren hier drin so wir können hier noch sabotage machen waffen panzerung luft ey lass mal lass mal auf jeden fall die luftunterstützung sabotieren oder stream weg ja jetzt mein stream auf auf jeden fall danke youtube wirklich schätze danke youtube ja 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 das sag ich doch leute dass das nicht an mir liegt einfach stream weg maschata geht wieder ja so optional panzerung aber das was optional ist hier ne ja was wollen wir wir können auch sabotage auch noch machen ne finale ich schaffe annäherungsfahrzeuge ich würde sagen wir machen ähm lass wie viele vorbereitungsmissionen müssen wir jetzt noch machen für den 1 2 3 4 5 ne warte mal tageszeit ne hier können wir auswählen ah nein wir können jetzt starten direkt eigentlich wir können jetzt aber noch ein waffenarsenal können wir uns doch holen oder äh unterstützungscrew anholen können wir uns auch noch holen wir brauchen keinen unterstützungscrew wir sind freunde ich würde schon noch vielleicht ähm oder also äh annäherungsfahrzeug cosatica hier ja das ist unser u-boot ja das nehmen wir müssen wir das machen oder ist das optional warte mal dann äh wie gehen wir wo greifen wir an landebahn äh hallo sprung wie kann ich das ausgehen leute oh ja absprung absprung finde ich cool ich kann jetzt einfach starten soll ich jetzt die finale mission starten sollen wir jetzt durchziehen einfach finale machen äh oder warte 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 lass doch noch einmal diese noch unterstützungscrew dazu holen noch eine kleine äh ding damit wir mehr support haben dann noch panzerung auffüllen und dann machen wir das finale ja würde ich auch sagen das ist glaube ich gut so unterstützungscrew ähm haben wir noch ein bisschen support und so weißt du dann läuft das ne die kosten nur geld die können wir uns dazu kaufen ach die kauf mal einfach mal ich kaufe einfach alles dazu leute ich kaufe alles dazu und dann lass jetzt noch einmal zur ammunition fahren Panzerung holen und dann machen wir die endmission absprung nicht landebahn denn dort ist alles offen schreibt ein tobias ich vertraue dich dann jetzt finale leute finally finally die finale hallo 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 tageszeit machen wir tag oder was tag nach ja 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 wie können wir das denn auswählen leute warum kann ich das denn nicht auswählen oder kann ich das später auswählen ich glaube ich kann es erst später auswählen ne ja gut dann lass jetzt noch äh dings holen das ganze zeug holen und dann abfahrt noch ganz von snacks und dann jalla habibi sooo also ich bin zwei bis eh das wir schaffen leute ich weiß auch nicht doch wir schaffen das wir schaffen doch wir dürfen keine negative stimmung und keine negativen vibes hier haben idzock hat mir erzählt er hatte so probleme gehabt aber nur weil er keine Panzerung mitgenommen hatte hat er so probleme dabei gehabt und wenn man wohl äh genug Panzerung mit einpackt und so dann soll das ja gut idzock ist halt auch nicht das gelbe vom Ei ne so was blitz wie davon distanziere ich mich äh digga ich bitte mitnehmen danke ich erzähle mich auch von dem fitner also ist halt ein anfänger ne so wir sind halt pros ey leute ich freue mich richtig dass wir jetzt gleich einfach die finale mission machen ich freue mich auch ich freue mich auch dass wir das nochmal ist ein schöner tag heute geworden nochmal schön ist es auf der welt zu sein schön ist es auf der welt zu sein ja ich sag mal so ist echt geil leute ich hab auch macht auch wieder echt bock gta zu spielen und ich muss sagen ich hab heute sehr sehr viel neue sachen mitgenommen fürs spätere leben man hat in dem stream halt einfach nicht nur gta besser kennengelernt sondern auch keine freunde ja ich will auch man hat halt auch so missionen mäßig du weißt du viel mitgenommen er macht den anglerhaken in der ersten mission die wir gestern gespielt haben ich zeige euch alle drei darin irrenmann digga so muss das sein feiert einfach nur standard skill das wäre geil das wird jetzt egoistisch langsam so let's go ich bin echt gespannt wir nehmen jetzt einfach el rubius auseinander bam 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 hey hä ammunition hat geschossen ey ach digga ey warum screw's bist du gestorben nein warum aber ammunition mach doch zu digga ach so ey der typ ist so broke ich hatte voll äh voll jetzt gegen screw's so ey ey wirklich ey wie kann man denn so also hast du da jetzt nichts Leute äh hier oben ist das nächste weißt du weißt du er ist einfach anfängern geht ja dass er sowas nicht weiß ja ich bin halt nicht so oft dabei ich wurde ja öfter ausgegrenzt und ausgeschlossen alter ist heute diese selbstbegleit stream mäßige oder was ja ist weihnachtszeit ich bin halt das ding ist halt weihnachten ich bin halt alleine weißt du hab halt niemanden als ob ich deine familie besuchen gestern weihnachten nee digga mein papa ist vor ein paar jahren gestorben aber deine mama ja aber die feiert kein weihnachten weil die hat eine andere religion digga was glaubst du für ein scheiß hey das ist wirklich so macht dich über meine religion lustig nee ich mach mich über niemanden lustig hör auf dich über religion lustig zu machen ich dachte dass du grad einfach wieder Müll erzählst nein digga ich bin halt alleine das ist halt so und was mit orange und orange ich bin alleine was verstehst du daran ich hatte eine freundin denkst du ich will den belästigen ich würd dich einladen aha ja ich hab meine Zuschauer die sind ehrenhaft die unterstützen mich die sind dabei du willst von weihnachten mit bei mir sein ja dann würde ich danke aber ich kann nicht ich hab mich leiden dass du an weihnachten ich krieg keinen flug mehr ich krieg keinen flug mehr wegen nach corona danke dir man aber corona sperrt alle flüge deswegen bin ich alleine live dann mit meinem chat das ist schade Leute das ist echt eine traurige story das ist wirklich ein trauriges egal ich wünsche euch aber allen viel spaß an weihnachten ihr sollt wenigstens glücklich sein an weihnachten ich soll jetzt einsteigen hier ab war Leute ich hab noch El Rubio dem wird jetzt gezeigt wo der Hase hängt Lass noch kurz nix ja Snacks noch kaufen nix ab dann teile mit dann nehmen wir El Rubio hops El Rubio wird dir mal gezeigt wo der Hase hängt ja lernt man mal die Einbruchbrüder kennen der Bummi Schüler ey ja weißt du irgendwas abgibt denn hat sich aus vergesst auf jeden Fall nicht einer schreibt Abhofer zu lassen und Glocker aktivieren Leute Leute das Ding ist ich bin griechisch orthodox wir haben Weihnachten am 6-7 Januar könnt ihr googlen jetzt ehrlich? ja we talk ja aber feierst du dann Weihnachten oder feierst du generell gar keins? nein nein das läuft bisschen anders ab bei uns und wie läuft das ab bei euch? das möchte ich nicht sagen das ist Privatsphäre ok das kann ich dir weil wir ja Freunde sind Privat sagen aber das will ich hier nicht öffentlich sagen weil das meine Religion ist warum stehst du nicht zu deiner Religion? ich stehe zu deiner Religion ich möchte das nur für mich Privat halten ja jetzt fahrt los ich frag dich ja auch nicht in welcher Stellung du deine Freundin nimmst wow jetzt fahrt mal bitte zur U-Boot von sowas distanziere ich mich Jaskaroos ist auf Autofahrer hallo was wieso ich? hä wieso bin ich Autofahrer? ich bin nur als Schweizer eingetrieben ey der Typ er kann halt nicht mal ausfahren ne er kann halt echt nicht Leute also sich über mich die ganze Zeit lustig machen ich mach mich über niemanden lustig das Ding ist einfach Skaroos labert komplett scheiße weil Leute schreiben mir grad in den Chat dass die orthodox sind und die feiern ganz normal Weihnachten Digga ja und dann hat er keine Ahnung ok hä wenn du orthodox bist das ist bei Russen genauso oder Rumänen oder sonst was Digga weil das nach dem alten Kalender geht und nicht nach diesem neuen und der alte Kalender geht schreitende Tage zurück vor 1 und 2 ich weiß gar nicht zurück und deswegen ist am 7. Januar das eigentliche 24 deswegen feiern wir am 6. Januar Google doch einfach Google Google mal orthodox Weihnachtstag Google das ist gut nein ich will dass du das jetzt googelst ne ich google das jetzt nicht weil dein Chat weil da Leute sind die mich als Idioten darstellen und als Lügner betiteln ich sag nur dass ich dem Chat mehr vertraue als dir wow ok ok Leute nein ich dachte wir hatten's geklärt aber Max fängt wieder an ich dachte ey wir hatten's geklärt Max und jetzt redest du das tat mir weh im Herz wir haben's doch auch geklärt weißt du im Gegensatz zu dir ich feuer nicht zurück ich nehm das einfach mit ich nehm das einfach mit ist ok du sagst doch auch vertraust deiner Mutter mehr als mir ist doch nichts ist egal ist ok ist egal dann bin ich halt ein Lügner ok ich lüge ich bin nicht orthodox und ich hab auch wir haben auch nicht an einem anderen Tag Weihnachten ok der anderen schreiben du das lügt nicht genau dann vielleicht hat doch dieser Eves Kern gelogen genau ja jetzt also es ist ja wieder es geht wieder los Digga also fahr nicht fahr jetzt raus hier kommst du raus oder nicht ich glaub nicht doch doch Digga du kommst da nicht raus das ist einge- obwohl doch ja rausfällt stark woher einfach hinfließt ja Leute das ist schade das spricht wirklich mein Herz immer wenn ich der Lügner ich versuche hier die ganze Zeit nicht zu schließen ja warum steigst du denn aus weil ich dachte dass du da nicht rauskommst ey du hast doch keine Ahnung ich klatschiere schon mich da raus ja ey also guck mal Max macht dich schon wieder ey ey jetzt 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 ey 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 warum fängst du jetzt hier auf den vorne an ja warum einfach nur die Mission mit euch streamen bevor ich wieder in meiner rp-welt verfangen bin spiele dann kommt sowas hier ich versuche heute ihr wisst ich versuche auch irgendwie in der youtube wird ja irgendwie fuß über die runden zu kommen sagt über die runden zu kommen ich hab halt nicht 123 millionen abonnenten wie der ein oder andere hier jetzt gerade ja ich bin da am hassen gut wenn du so am hassen bist warum ziehst du dann kaum kanal durch ja deswegen bin ich auch jeden tag live du bist alle zwei wochen einmal live ich bin jeden tag live was redest du ich bin auf meinem hauptkanal ist auf dem tritt kann dann machst du gar nichts mann so jetzt geht's los jetzt finale schwerste panzer und kaufen alles hier kaufen 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 du musst annehmen wo soll ich was annehmen dass mir reinkommt vermutlich einladung bekommen ich kann ein er muss einfach nur in zehn reingehen eigentlich ins u-boot an e-mail oder sms was redet ihr wo soll ich das annehmen ich hab dich eingeladen jetzt ja jetzt nicht zweitemal eingeladen schon nein nicht ein einziges mal finale so ich habe genau das gerade gesagt in dem und sagst wo gibt es eigentlich den märz zu kaufen ich will ich den märz kaufen hast du gerade beim stream geschaut ich habe genau das gerade gesagt in dem und sagst wo gibt es eigentlich den märz zu kaufen wie soll ich das machen so leute also wir auswählen landebahn halo sprung westlicher strand nicht 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 landebahn nicht landebahn sagen dann helio schlager was alles max ich will mein freund max fragen ich vertraue ihm helio sprung das ist aus der luft das hört sich gut an ich würde auch aus der luft springen zugangspunkt zum anwesen müssen wir das haupttor nehmen aber warte mal warte mal bevor du startest guck mal was stand hier mit uns abzieht er gibt uns nur 15 prozent und selbst steckt das war zwingst du mich die sache mit max und jetzt willst du doch was gibt sofort ja max wir gehen das ist ja ekelhaft wenn wir also für 15 prozent spiele ich nicht mit das kann ich ja das unfair chat ist das fair ist das fair ist das freundschaft okay landebahn wo fluchtpunkt landebahn hauptdok norddok u-boot so max sagt du was ich will nicht mehr hinterher bin ich wieder lass jetzt mal kurz konzentrieren also hast du schon die ganzen söldner an beworben gekauft ja okay sehr gut den den halo sprung haben wir auch wir haben alles soweit ausgewählt landebahn hauptdok norddok oder kursatka warte 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 nimm flucht wegfliegen mit flugzeug finde ich glaube ich cool wenn man so am ende auf der flucht ist vor den wachen und so dann wegfliegen ich möchte jetzt dass die preise angepasst werden findest du das in ordnung oder was machst findest du das fair findest du das fair also mit für 15 nicht fair das ist doch unfair ich bin doch nicht blöd dass jeder 30 prozent kriegt bin ich auch dass ich sorge wieder für fitner ich habe das noch nicht eingestellt nee warum gibt man mir jetzt schon wieder die schuld das ist nicht das ist auch Mobbing Leute Landebahn ja Haupttor ja sehr gut sehr gut was was kann man für zugangspunkte auswählen außer Haupttor hey Leute was sagst du was kann man für zugangspunkte außer Haupttor wählen nur Haupttor wir haben nichts anderes freigeschaltet ja dann Haupttor ja hey Leute die liegt seit einer Woche oben seit 2 ich schwöre ich verlos heute noch die Playstation oder morgen hier diese Playstation wenn wir die hat die liegt hier seit 2 Wochen auf meiner Couch ihr habt das jeden Tag gesehen ich verlos sie morgen ich sag euch dieses Gewinnbedingungen später wie kann ich jetzt starten hä kannst du bitte er ich hab nicht bereit gedrückt ich will erstmal hier meinen Anteil haben und ich will auch dass mein Freund Max seinen gerechten Anteil bekommt ja ich will dass es gerecht wird nein das ist auch unfair Bro ich hab alles gemacht labert nicht so eine Scheiße Digger ich hab alles gemacht du steckst die 60% ein aber ekelhaft Bro ihr habt doch nichts gemacht warum wollt ihr mehr Geld haben äh ich bin dafür dass Max sogar eine Entschädigung kriegt für das Verhalten nehmen was wir an den Tag gelegt haben also Max kriegt wen am wenigsten oder was dann kriegst du 25 Max soll am meisten kriegen nö akzeptiere ich nicht nee nee warte lass doch einfach jedem 30% das wäre doch das Fährste nö mach ich nicht überhaupt Digger ich hab die meiste Arbeit gemacht du hast gar nichts gemacht du hast Fitna gestiftet oh guck mal wir haben jetzt noch 58 Sekunden Zeit mach mal eine faire Aufteilung jetzt mach jetzt dass Max genug kriegt und ich auch genau ne jetzt hast du noch zu wenig nö ne stand jetzt doch jetzt zu wenig ich will dass es fair für jeden ist jeder 30% ja okay jeder hat 35 ja so ne er kann es ja 40% geben weil er der Lieder ist ja okay so so ist gut so ist gut dann mach halt so mach mehr mach mehr jetzt mach dann nicht wieder ganz runter naja schade ne warte ich stell das doch jetzt ein grad ich stell das grad ein du hast noch 20 Sekunden ne ja das geht jetzt hä das bugt Leute er trollt Digger er trollt 10 Sekunden ey du kannst dich am Arsch lecken ehrlich ich nehm das nicht an eigentlich mussten wir boykottieren eigentlich müssen wir jetzt quitten Digger mach 35 bei euch beiden und bei mir nur 30 ich verzichte jetzt gehts los scheiße jetzt gehts los scheiße das ist doch scheiße ich wollte es grad einstellen ey das ist gelogen also er widert mich wirklich an Digger ey 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 jetzt schreibt ihr mir schon wieder ich soll es annehmen Digger ey das ist so traurig ich muss wieder ich werd gezwungen Leute ich nehm an ruhe jetzt verlass ne Leute ist egal komm egal jetzt finale Mission Leute oh Mr. Madrazo Rebeco wow wow look at this fucking shit oh man I mean this is fucking cool this is some space age shit man we are going we will be far away from space as humanly possible now I kind of wish I was going with you guys but you put a ring around a general right? first rule of war I mean look at this shit it's fucking what do these do? floods the boat no okay just to be clear all I give a shit about are the files so as long as I get those by any means necessary you'll get paid anything else you rob from that son of a bitch is just more money in your pocket the more we hit El Rubio where it fucking hurts the better huh? okay Mr. Madrazo we should set off shortly cool yeah cool uh just wanted to say real quick ah I didn't have to come here today I was having like a really good time but uh I wanted you to know that I'm a modern leader I've done the hard work on myself and I'm gonna be there for you cause I respect you and um I'm here for you now okay that's not our father Philip give him give him okay that's scheiße he thinks he would be our father he would be a better friend than Max I think you can make the job of my house and my house and I think I'll give him a little bit to go I'm gonna do it I'm gonna do it Gebe ich euch ab. Du lügst, du weißt, dass es nicht geht. Er weiß nämlich, dass es nicht geht. Er weiß, dass es nicht geht, Leute. Entschuldigung, scheiße. Ich auch. Heuchler nicht anders, wo ich herkomme. Das Ding ist Held, ich habe auch alles gemacht. South America. Ach. Nächster Halt, Südamerika. South America. Jetzt geht's los, Leute. Die finale Mission. Let's go. The Cayo Perico Heist. Rubio wird jetzt gezeigt, dass hier abgeht. Ja, Max, wenn es aber harte Fahrt kommt und der irgendwie den Weg zurücklassen kann, dann machen wir das. Begib dich zu El Rubios Anwesen. Passt auf die Minen auf. Wir haben nur ein Teamleben, macht keinen Scheiß. Überlegt euch mal, wie er seine Insel gesichert hat. Was? Achtung, Boote über uns. There must be nothing but roofless footage. There are patrol boats above you on the surface. Be careful. Okay. Okay, wir müssten vielleicht da sein. Ja, da vorne fängt Land an. Boah, was ist denn hier für ein Wetter, Junge? Warum ist schon mal da so langsam, Digger? Ja, das ist normal. Das ist voll rentnermäßig, Leute. Ey, wie kommt man hier hoch? Ey, ich sag euch, Leute, das war hier die Scheißidee von den Jungs hier mit U-Boot. U-Boot ist geil. Hä, wir haben doch gesagt, dass man mit Fallschirmsprung eigentlich auf die Insel gehen. Nein, wir haben aber die U-Boot geklaut, das ist halt das Ding. Ach so. Wir müssen jetzt irgendwie anders hochkommen, seitlich. Stimmt, wie kommen wir denn jetzt hier wieder hoch, ey? Sag jetzt nicht, wir müssen hinten hinflachen. Ne, aber ey, das kann doch nicht so schlecht gemacht sein, wenn man hier hinkommt. Ich hab gesagt, Leute, wir kommen jetzt für Flugzeug. Ey, nee. Ey, ich war doch auch für Flugzeug, was redest du? Nein, du hast gesagt Boot. Ne, wir müssen noch weiter trauchen, glaube ich. Wir müssen noch weiter. Ich weiß es aber auch nicht, Mann. Wo müssen wir hin? Live-Chat, wisst ihr, wo wir hin müssen? Wir müssen... Wir fragen doch... Live-Chat. Was denn für Docs? Nach rechts. Also noch weiter schwimmen. Da ist ein Strand in die Bucht. Und da hinten, wo die Boote sind. Boah, das sind übel zwei Dinsen. Ja, hinten, ne? Andere Seite, oder? Wo wir damals herkamen, oder? Ich schwimme jetzt hier einfach vorbei. Andere Seite. Ja, andere Seite, war klar. War wirklich... Bei der Landebahn sagen die Leute, kann man hoch. Oh, Gottes Willen. Wir müssen wirklich jetzt auf die andere Seite so hinzugehen. Ja, komm, dann machen wir das. Boah, gut, dann ziehen wir durch. Das war eine geile Idee von denen. Das Boot anzufahren. Ja, war auch eine geile Idee von denen. Den 70 Prozent. Oh, je. Wo seid ihr denn, Jungs? Kommt sie zu mir, ja. Ja, wir kommen. Die kann man nämlich hoch. Begibt dich zu El-Rubius anwesend. Warum ist denn auch eigentlich so ein Dreckswetter, ey? Da war nichts mehr auf der Insel, so ein Wetter, Junge. Kommt man ja auch hoch? Kann man die jetzt auch ausschalten eigentlich, den Wachen? Warte mal, ich würde nix machen. Ich würde unentdeckt bleiben. Ja, aber wenn ich die abknall, wer soll die denn entdecken? Das ist halt die Sache. Ich denke schon, dass wir... Chat, dürfen wir die abknallen? Das ist einer abgeknallt? Ja. Ich werde keiner was mitbekommen. Okay, ja gut. Wenn man nicht gesehen wird, dann ist es okay. Achtung, Kamera. Ja, ja, pass auf. Kamera könnt ihr auch abschießen, ne? Ehrlich? Ja. Wo ist die denn die Kamera? Seht ihr die? Da vorne ist auch eine Wache. Ich gebe ihm Headshot. Ey, der hat einen Zettel, wo man hingehen soll, den er getroppt hat. Wie, der hat einen Zettel? Ach, pass auf, hier ist die... Nein, nein, eine Kamera, bewegliche Kamera. Pass auf, pass auf. Ja, dann auf. Der Radius schwingt von der Kamera. Okay, jetzt, 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 jetzt. Okay, hier durch, hier durch. Das ist ein Gegner. Pass auf, das ist ein Gegner. Maske aufsetzen. Maske auf, Maske auf. Das Alarm, Alarm ist losgegangen. Hier kann man Maske aufsetzen. Geh, 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 geh. Da kommt die Wache von links auf. Wichtig. Leute, wir müssen irgendwie zum Anwesen kommen. Wir müssen uns durchpuschen. Lassen Auto uns kommen. Rechts schüssigen. Oh mein Gott. Hast du ihn? Äh, ne, ja. Ja. Just down. Just down. Ah, lol, der Heli schießt auf uns. Aus dem Himmel. Oh mein Gott, Kampfheli. Kommt aus Kurs hier. Die sind Heli nicht. Digga, da ist ein Kampfheli, der auf uns schießt. Wo? Ja, im Hinblick, ich fahre raus. Ich fahre raus, warte. Hab den Fahrer. Ich schau ab, ich schau. Ich schau auch ab. Nee, warte, ist der down. Der steht dann, wenn ich... Oh mein Gott, wir fass down. Ach, Digga, ich bin auch tot. Ey, ich bin auch tot. Oh mein Gott. Okay, das haben wir verkackt. Das haben wir verkackt. Digga, wie krank ist das? Also... Irgendjemand von euch wurde von der scheiß Kamera gesehen. Nee, ich wurde davon nicht gesehen. Es geht weiter oder so. Nee, hä, zuschauen? Ja, ja. Hey, zwei, weil Shani noch lebt. Warte, warte, warte. Warte mal, Leute, ich muss mich was umstellen. Heute ist aber schon schwierig. Dieser... Stani hat Helis nicht deaktiviert. Hätte man das deaktivieren können oder was? Ja, Leute, wir haben keine Vorbereitungsmission gemacht. Die wollte ich keine machen mehr. Nee, wir machen, wir kriegen das auch hin jetzt. Wir kriegen das so hin. Ja, die Kürme nicht. Dann lass dich doch mal töten. Ja. Käm ich doch. Er stirbt einfach nicht. Oh, Leute. Wir kriegen das nicht hin, wenn die dich nicht mehr so kriegen. Wir kriegen das was komplett, Leute. Ey. Das wird nichts mit denen, Leute. Ich sag euch jetzt nicht, das wird nichts mit denen. Nein, wir machen das jetzt. Wir dürfen uns echt einfach nicht erwischen lassen. Wir dürfen nicht zu viel rushen. Einfach nicht erwischen lassen. Ja. So, schneller Neustadt-Bit hoch, richtig? Ja. Okay. Stani, drück was. Ja, bei mir steht Neustadt bei dir fortfahren. Ja, weil ich zuerst fortfahren gedrückt habe. So. Sag Stani, ihr müsst zur Bucht. Sollen wir noch weiter schwimmen oder was? Ihr dürft euch nicht erwischen lassen, sonst habt ihr ja, das ist das. Es ist so oder so schwierig, ob mit oder ohne Vorbereitung schreiben die Leute, ja. Ja, ja. Das Ding ist, ich glaube, wenn man erwischt wird, dann ist das extra so gemacht, dass es unmöglich ist, weißt du? Es ist, ja. Man soll sich nicht erwischen lassen. Die Leute sagen, man muss doch den Heli auf jeden Fall K.O. machen, sonst geht's nicht. Ja, ja, man soll sich gar nicht erwischen lassen. Ja, das Ding ist, die Helis sind scheinbar ein Riesenproblem. So, komm, wir müssten irgendwie hier weiter rechts, ne? Wir müssen nach rechts, ja, genau. Ey. Ja, das kommt halt von euch. Ja, komm, wir machen direkt ohne Vorbereitungsmission. Das ist fast genauso schwer, ob mit oder ohne. Nein, aber wir hätten einen anderen Weg nehmen können, bro. Das ist doch scheiße alles. Aber guck mal, aber guck mal. Sag mal, wann du die Taschentücher haben willst, damit du fertig bist und weinen, dass du Bescheid wissen. So, komm. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir müssen jetzt zum Versorgungsluster. Man wird halt, glaube ich, trotzdem noch gesehen von denen, oder? Nein. Weil das nur noch so rote Punkte sind. Ich glaube irgendwie. Schick mal einen. Leute, wisst ihr, ob wir trotzdem noch gesehen werden? Ich habe ein bisschen Schiss hier. Der müsste uns ja jetzt eigentlich sehen. Nee, okay, easy. Oh mein Gott, wir sind jetzt getarnt. Nice. Das sind einfach hier ganz normale Rabauken von denen. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich sage doch, jetzt läuft das. Warte mal, hier ist doch noch der Beutzelschleiter. Wollen wir den mitnehmen? Nimm mal mit. Ja, kommen wir. Schlimm. Schlimm. Ja, stimmt. Wir müssen alle Sachen mitnehmen, oder? Ja, nee. Das Gras müssen wir jetzt hier, oder? Oder müssen wir das Gras jetzt auch hier mitnehmen? Doch, doch. Ich glaube, doch aufmachen. Aufbrechen. Das Gras klauen, oder? Ja, das hier in der Hütte. Warte. Da ist der Typ hier. Sollen wir die V.O. machen? Nein, 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 nein. Ich kann jetzt hier das Schloss aufschneiden. Ja, ja, warte, bis der Typ weg ist. Aber ich könnte ihn auch aufschlitzen. Ja, ja, dann warte, warte, warte noch, warte noch. Ich habe gemacht. Ja, mach, mach, hol, 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 hol. Ja, hab, 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 hab. Okay, wir haben die Gras-Packets. Okay, raus da, raus da, raus da. Oh nein, warte, ey, guck mal, umso mehr wir einpacken, guck mal. Jetzt ist es gleich drin, Achtung, jetzt ist es gleich drin, Achtung, in drei, zwei. Nee, er ist hier vorne stehen. Okay, 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 guck mal, jetzt geht unsere Beute hoch, wenn wir die ganzen Sachen mitnehmen. Der andere Tisch auch, der andere Tisch auch, der rechte Tisch auch. Du hast einen Tisch vergessen. Und zwei Tische. Ah, oh, oh, ja, dann pack du das noch ein. Stark, stark. Ey, okay, jetzt finde ich das geil. Jetzt die ganzen Sachen, die man gespottet hat, kann man jetzt mitnehmen. Ja, hätten wir mehr, hätten wir noch mehr. Ja, scheiß drauf. Ich würde sagen, wir packen erstmal alles auf der Insel ein und dann gehen wir zum Anwesen. Okay, wir kommen weiter. Da vorne ist ja noch Geldbatzen hier, da müssen wir auch noch hin. Markier mal oder so. Zu Kletterausrüstung vielleicht noch. Ja, klar, wir holen alles. Hier hinten, hier auf der Landebahn, zu Landebahn fahren, zu Landebahn fahren. Ja, hier sind noch Geldbatzen im Haus. Achso. Wie gesagt, lass alles mitnehmen. Umso höher ist unser Gewinn. Weil wir kriegen ja nur 15 Prozent, da will ich dann wenigstens alles mitnehmen. Ja, aber wie kommen wir dann in das Haus rein? Nee, 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 da brauchen wir mal Sicherheitsdings hier. Wir brauchen mal hier um das Tor irgendwas. Haben wir nicht diesen Sicherheitskasten oder so? Nee, dieser Stromkasten hier vor mir ist ein Stromkasten, aber da kann man nichts dran machen. Ey, wie kommt man denn hier an die Batzen ran? Ja, mit Werkzeug wahrscheinlich. Ja. Mir wird aber auch nichts angezeigt, um Bolzenkneider zu verwenden. Elektrizität-Werkzeug ist da hinten bei der Landebahn, Jungs. Ah, nee, warte, hier. Halte gedrückt, um Lagerschrank zu öffnen. Ey, Jungs, ihr seid auch Bummis, ne? Nee, du musst das machen. Ich kann das nicht. Nee, das kann jeder machen. Jeder von euch Bummis hätte das machen können. Okay, hier ist auch noch Geld. Das Geld hier. Pack die Batzen rein. Thomas juckt die gar nicht, dass wir das Geld klauen. Denken sich wahrscheinlich, so gibt uns was und wir haben weggeschaut. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Meine Beutentasche ist gleich voll. Ich hab halbe Million. Ich hab auch eine halbe Million. Cool. Bei mir ist aber gerade ein Drittel voll. Ja, lass hier noch den Haken mitnehmen, wo ich markiert habe. Ja, wir fahren jetzt einmal zur Landebahn, oder? Ja, lass den Haken mitnehmen. Wir nehmen erst mal Haken mit, weil dann kriegen wir vielleicht neue Anweisungen. Man hat nicht unendlich Platz, der wissen war. Rechts, rechts. Ach, wir haben nicht unendlich Platz. Rechts, rechts. Rang erhöht. Nice. Level 161. Hab es geholt. Okay, hat das jetzt jeder oder nur du? Du kannst die Kette raus, du hast, um auf das Gelände zu gelangen. Ja, warte, dann müssen wir aber A3 holen. Nein, wir fahren noch eh mit dem Versorgungslaster rein, oder nicht? Oder auf was für ein Geländer wollen wir? Ja, ich brauche mal das ja trotzdem. Lass trotzdem mal alle mitnehmen. Hier ist auch noch eins. Ja, warte, wir holen jetzt mal das Geld hier noch vom Flughafen. Ja, ja, wir gehen jetzt zum Flughafen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute. So lobe ich mir das. So macht das Ausraum Spaß. Die werden jetzt richtig hochgenommen. Das Ding ist, jetzt checke ich das aber auch erst mal so richtig. Ja, es wäre viel geiler gewesen. Wir sind mal alles freigeschaltet, aber ja. Naja. Aber wir haben ja, es hat ja nicht viel gefehlt. Es hat ja echt nicht viel gefehlt. Wir haben doch wirklich fast alles. Vor allem mit Geld und so haben wir vielleicht noch ein paar Angelhaken gefehlt oder so. Weißt du, wie ich meine? So, ich muss hier wieder mit Bolzenschneider voröffnen. Geht mir weg. Oh yeah, wir sind die Einbruch, Brüder. Wir waren die Einbruch, Brüder. Ach nein. Guck mal hier. Cocaine. Ich nehme die Cocaine Packs mit. Ich nehme nur Bargeld. Wahres ist Wahres, Leute. Rein, ey. Guck mal, wo es nach Kontostand unten hoch geht. Aber, also wenn das wirklich nur so langsamen Schritten hoch geht, dann lohnt es das ja nicht. Ich will ja schon eigentlich mindestens 10 Millionen so haben. Aber ich glaube, richtig viel geht es dann erst mal mehr. Oh, wir haben ja gesehen, die Beute ist nur 2 Millionen oder so. Loll. Nein, ich dachte, Max müsste 5 sein. Maximal müsste insgesamt alles 5 Millionen sein. Ja, wenn wir alles haben, aber wir haben ja nicht alles. Ja, vielleicht wegen Gold und so müssen wir in dem Haus können wir das ja kriegen. Da ist noch Elektrizität, Leute. Lassen wir da hin. Und lassen wir da noch die Kletterausrüstung holen. Man braucht nur ein Kletterausrüstung, schreibt er in deinem Chat. Okay. Das ist ja jetzt die Frage, ob wir dem Vertrauen wollen. Ah, lol. Okay, Kameras gehen aus, wenn wir das hier ausschalten. Ja, das macht das mal. Schneid das Schloss wieder auf. Das macht richtig gut. Ja, safe. Es macht viel mehr Spaß, so wenn wir jetzt gerade im Team spielen. Hast du recht. Ja, als Freunde macht das echt Spaß, Leute. Ich will mir auch noch eine Kletterausrüstung mit, Leute. Ich werde jetzt den Strom ausschalten. Oder? Ja, du kannst mit dieser Kletterausrüstung kannst du halt auf dieses Gelände von El Rubio kommen. Aber das brauchen wir ja nicht, weil wir ja zum Versorgungstruck fahren. Aber lass trotzdem einfach mal alle mitbringen, damit wir alles haben. Oh, Leute. Strom ist aus. Alle Lichter aus, Leute. Alles. Alles. So, das ist sehr gut. Lass mal jetzt zu... Bei einem Versorgungslaster da hinten sind noch Dings, Leute. Das ist noch Geld und so. Bargeld kommt immer mit. Folgt mir mal. Ein Versorgungstaster und ein Kletterausrüstung. Ja, folgt mir mal. Guck mal, die Wache schaut jetzt hier so. Ey, nein. Ey. Oh mein Gott. Alter, Max. Alter. Ey, Bro, aber er ist mir ans Auto gelaufen. Du hast doch gesehen. Alter, Max hat ihm den Mittelfinger gezeugt. Die Wache kommt näher und fragt, was es für Probleme hier gibt. Schade. Oh mein Gott, fast Stress angefangen. Max hat fast gestorben, Mann. Fast hier gerade Stress angefangen. Nehmt nur Gold, Kokain und Weed mit. Ja, machen wir sowieso. Gold, Kokain und Weed. Okay, ja. Ja, stimmt. Das ist eh das Einzige. Hä? Das ist doch sowieso das Einzige, was man hier mitnehmen kann. Warte kurz, Leute. Ich muss kurz. Auf Vollbild. Wartet, Leute. Ja. Warte, Max. Check auch nicht. Manchmal stellt sich, dass man mir einfach mit Fenstermodus umgeht. Ja, check ich auch nicht, Alter. Let's do this, let's do this, let's do this. Besser. Besser. Ihr dürft beim Anwesen nicht über den Haupteingang rein, sonst werdet ihr entdeckt. Ja, okay. Doch, mit dem Auto natürlich. Wir gehen ja mit dem Versorgungsauto rein. Das haben wir ja freigeschaltet. Wir fahren ja mit dem Truck rein, weißt du. Aus dem Weg, du lahme Ente. Oh, warte mal. Dürfen wir hier durch die Verkehrskontrolle? Ja. Aber ich finde, die Missionen haben sie echt cool gemacht, Leute. Also das gefällt mir jetzt auch hier, das Ende, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, man hätte am Anfang vielleicht ein bisschen mehr kapieren müssen, warum man das am Anfang so alles aufgesagt hat. Hä, das ist doch logisch für die Mission. Hier lang. Warte mal, ich will mir hier noch den Haken mitnehmen, falls wir noch einen brauchen. Auf Save. Einfach so ein Arbeiter, der ich gerade aus Versehen umgefahren. Hier ist der Versorgungslaster, mit dem wir reinfahren, Leute. Ich habe auch schon wieder Weedpacks, warum kann ich die nicht mitnehmen? Egal. Ja, weil die ich entdeckt habe, wahrscheinlich. Ach, ich habe eigentlich Fotos davon. Komm's groß. Hand zu Stanny. Die westlichen Sachen einsammeln. Haupttour kommt Alarm, klettert über die Mauer. Ja, machen wir. Selbst mit dem Auto oder was, Leute? Ja, einfach schon. Ja, gut, den Klettern waren wir über die Mauer. Ich habe eh Bock zu klettern. Okay, wir sind jetzt da beim Versorgungs-Truck, aber den brauchen wir jetzt noch nicht, ne? Kommt der erst mal. Ja, nee, lass klettern, lass klettern, wenn die sagen, das geht anders nicht. Ich wollte jetzt noch das Zeug mitnehmen. Aber vielleicht sollen wir den trotzdem einfach mal benutzen, damit wir weniger, vielleicht um da irgendwie generell nicht da, also für irgendeine Funktion muss der Versorgungs-Truck ja haben. Lass ihn mal nehmen. Komm mal her, mach du das mal mit dem Dings auf, mit dem Bolzenschneider aufmachen hier bei mir. Ey, nein, der sagt doch gerade, wenn wir die Uniform anhaben und diesen Versorgungs-Truck, dann können wir einfach durchs Main-Gate fahren. Hab ich gerade der Sprecher hier gesagt. Ah, okay. Okay, wir kommen jetzt, Stanny. Hä? Maskau. Warum kommen Helikopter? Ja, weil die uns entdeckt haben, du Trottel. Aber warum denn? Frag mich doch nicht. Ja, schießt sie weg. Ja, schießt sie weg. Heli über uns. Ey, wir müssen die Helis loswerden, ne? Was hat der mit dem Truck gemacht? Ja, man wurde entdeckt, man wurde entdeckt, dadurch automatisch überfahrt. Das macht ja gar keinen Sinn. Lass erst mal aussteigen, erst mal raus, erst mal raus. Wir müssen fighten. Ich bin ganz tot, Digga. Zieh dir eine Panzerung an. Ich bin dabei, aber der Heli schießt auf mich. Ja, schießt die Heli ab. Ja, Digga, ey. Ey, was ist denn das für eine Scheiße, Digga? Ich hab nichts falsch gemacht. Helis dauerndes dauerndes im Helis. Der Helis schießt ab. So, ich snipe die jetzt hier alle weg auf Distanz. Das reicht mir jetzt hier, ey. Warum wird man denn erwischt? Der sagt, es ist alles okay, wenn wir die Uniform anhaben. Dann fahren wir los, man wird erwischt. Das macht schon wieder mal gar keinen Sinn. Habt ihr jemanden angefahren oder so? Nein, real talk gar nichts. Noch ein Heli, noch ein Heli, noch ein Heli. Direkt auf Heli. Hab ich einen Weg, der Mann? Das ist tot, das ist tot, das ist tot, oder? Lass mal jetzt so und es anwesend gehen, hier rechts lang, recht lang, dass wir über die Dings klädern können, da vorne sind Zäune. Guck, deswegen haben wir die Haken mitgenommen. Heli, 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 Heli. Heli, 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 Heli. Ist dauernd, jetzt ist der Dörr. Äh? Nee, jetzt ist der Dörr. El Rubio. Linkseg. Ja, das hier recht lang. Max, wo bist du? Ich komme, ich komme, ich komme. Mach kurz locker, Jungs. Ich bin hier gerade alleine. Lass mal Max helfen gehen. Kommst du da klar, Max? Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Heli, Heli, Heli. Heli, Philipp, Philipp. Der wendet jetzt. Heli schießt auf mich. Ich versuch ihn zu töten. Wir haben kein Team mehr, es darf keiner von uns sterben. Heli's down, Heli's down. Ja, Max, musst du uns kommen. Ja, ist einer rausgesprungen. Ich brauche Support, ich brauche Support. Ja, wir sind dabei. Panzerung, Panzerung, let's go, let's go. Oh mein Gott, von wo werde ich hier angeschossen? Komm mit, er kommt zu uns hin. Heli, 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 Heli. Ja, bin da, bin da, bin da, bin da. Ist tot, ist tot, der Heli. Achtung, Achtung. Boah, war das knapp, weil Heli neben dir explodiert ist. Krass, krass, krass. Okay, wir kommen jetzt hin durch. Schnells Nächstes, Nächstes, Nächstes. Welches Nächstes sind die Besten? Alle gleich. Jetzt ist hier richtig Action, Mäckchen. Okay, jetzt rein. Achtung links, ein Gegner. Ja, kommt hier, kommt hier. Heli, 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 Heli. Kommt noch, renn noch erstmal. Einfach durchwaschen durchs Gebüsch. Es ist noch gar nicht da, Digga. Der, ich ballast schon auf mich, hier, die was für. Ja, chill, Digga. Jetzt kann ein Aim nicht, die wird. Ab ihn down, hab ihn down, hab ihn down. Okay, komm weiter. Hier geht's da rüber oder so? Nee, hier nicht. Müssen wir am Hauptbahnhof an der Hauptbahnhof. Das neue. Ja, wir müssen links zum Hauptbahnhof, glaube ich. Wo ist denn der Heli, Alter? Ja, da hinten ein. All right, coming up. For uns, for uns auch nochmal wachen. Ab ihn ist down. Der Heli ist down. Bei uns muss irgendwo Leute sein, aber ich seh die nicht. Noch ein Heli, wo denn diesmal, Alter? For uns. Ja, äh, ja. Achtung, ja. Down, glaube ich. Oh mein Gott, ich bin one hit. Ich bin one hit. Ich bin one hit. Ich bin one hit. Halsch bedeckt. Ich hab ihn endlich. Endlich er ist down. Habt ihr an den Jäger geschossen da hinten? Oh, hinter uns. Panzerung, neue Panzerung, Jungs. Okay, noch zwei im Tor. Zwei hier hinten drin. Können wir diese wegschießen. Oh, noch ein Heli hinter uns. Oh, hinten, hinten, ja, von hinten. Wie viele Helis hat er, das ist doch... Bin zweimal gettet. Zweimal gettet. Ich muss aufpassen. Bin da aufpassen. Vier mal gettet. Jetzt der Tod, jetzt der Tod. Jungs, wir müssen hier langsam rauf. Kommt mit, komm mit. Bei mir, bei mir. Oh mein Gott. Decker. Schee, 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 schee. Jungs, schee, 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 schee. Ich muss Panzerung nehmen. Okay, ich komme, ich komme. Durchziehen, 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 durchziehen. Sehr gut. Ja, zu dem Punkt rushen da vorne. Scheiße, Heli. Ja, komm, scheiße. Er lauft jetzt einfach hin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Auf einmal niemand mehr ist da. War ich so viel Kohle verloren oder was? Verliebt man Kohle, wenn man Schaden kriegt oder wie? oh mein gott leute guck mal bitte wie viele hier sind geht immer in deckung hinter diesen schrodingern lauft nicht offen rum immer in deckung gehen hinter den büschen die kommen mit juggernauts die kommen mit juggernauts warum haben wir denn auch nur die so schmutzwaffen ja keine vorbereitungsmission mehr machen wollte denn mal vor seiner rechts lass sie hoch lass sie hoch lass sie hoch hier geht es erst mal ein bisschen wegschnitten ich bin mir kurz next kurz pause ich komme hoch noch einer noch einer ja schon wieder panzer und achtung noch einer haben wir das recht zum weg gelaufen und ich denke ich können wir noch eine panzer und gleich tot ich habe nur noch eine part der ja das unmöglich wir müssen nicht mehr vorbereitungsmission machen das ist unmöglich und bis einfach mal gut sein das ist unmöglich haben wir sehen auch da wo die gegner sind oder kommt jetzt ein um die ecke den achtung er soll man uns auch einmal sterben lassen ist ja kacke wenn ich dann jetzt gerade raus ist die wir sind die sonst dabei wäre ich weiß ich kann ich kann es halt mit ihm leben ist aufgeräumt das scheiß reden deswegen ja aber wenn wir jetzt wäre wieder dabei der fehlt die schlüsselkarte für diese tür wir haben die schlüsselkarte nicht mitgenommen wahrscheinlich irgendwo auf der insel wir haben nein nein davon ist die er die schlüsselkarte der typ diese wache oh mein gott ist das krank oh mein gott ja nehmt auf dem auf dem aufgaben gehen wir ein beginn eins von zwei schlüsselkarte eins von zwei ist das acht achtung wache damit euch starten lassen dass man das uns erschießen wollen euch hatten max ja dann oder oder wir machen zu das dauert ja ja guck mal weißt du was was hat er schießen das kacke wenn ich nicht mit mir ja es nervt auch das scheiße so wir machen rambo jungen sind direkt am anfang gestorben jetzt hat die us ist irgendwie nein ich bin der erste jungs was halt ihr davon wenn wir mehr vorbereitungsmission machen machen ja ich weiß auch nicht irgendwie ich wollte da dieses dings ich glaube ich habe alarm aus höchst mir nicht sicher ich glaube ja ich bin mir nicht sicher aber ich habe da immer sprengstoff reingemacht also direkt immer wieder ah ja okay dann ist halb so schlimm ich dachte wir müssen jetzt noch mal alles man ja dann easy komm jungs wir hauen das jetzt weg hier das problem ist nur ich habe ich habe jetzt schon keine panzerung mehr das ist mein problem ich muss mich sehr sehr bedeckt halten ich habe keine panzerung mehr alles aufgebrochen ich habe mich sehr bedeckt mein gott sind so viele das ist doch schwierig jetzt wir müssen noch mal neu starten wir kriegen das jetzt schon nicht mehr hin weil wir unsere ganzen panzer und jetzt schon verballert haben ich habe keine panzerung mehr und ich bin tot wir haben jetzt einfach alle stellen ab und töten die einfach vor allem nehmen wir den juggernaut wir machen das jetzt nein blackjack wollen wir nicht was sagt blackjack er wollte noch mitmachen aber dann müssen wir wieder alles neu starten und so nein wir machen das jetzt wir gewinnen das jetzt easy easy würde ich jetzt nicht sagen wir machen dich nie voll langweilig die vorbereitungsmission lass die nicht machen ey lass die nicht machen lass direkt starten wir nehmen die alle auseinander hört ihr auch grad so ein 8-jähriges kind weinen boah ja wenn ich auf den sack geht weil das karma ist wir haben halt keine panzerung mehr das ist jetzt ein bisschen schwierig guck mal wir müssen komplett locker machen einfach wir müssen alle töten komplett locker ja ganz genau so kommt der erste haltet euch so bedeckt jetzt einfach nicht irgendwie unnötig schirm ja ich bleibe hier oben einfach genau wir warten bis sie kommen wir warten bis sie kommen ja wir hemmen das einfach ab wir sehen doch auf dem radar und wo die gegner herkommen ich habe auch ne idee da kommen jetzt gleich ein paar ich werfe monotov cocktail auf die guck mal guck mal wie die brennen ja ich sehe ich habe ich habe ihn abgefackelt ich auch ich auch der garten warum bist du schon wieder tot er steht wieder auf okay philip jetzt bitte nicht sterben nicht rein röschend und ich bin selbst fast tot ich muss nix gehen nix 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 die könnten die sache noch einsammeln von dem typen ne Panzerung oder was keine ahnung was die alles haben naja es nur Geld was die droppen Wir müssen uns so krank bedeckt halten, ich traue mich hier gar nicht zu peaken, weil ich direkt angeschossen werde. Einfach rein da. Nee, nicht einfach rein da, wir haben kein Leben mehr. Dann ist es vorbei. Jetzt noch mal sterben, ist es vorbei. Stani, ist bei dir alles gut? Ja, hier ist auch gut. Da unten ist noch einer drinnen. Axe, wo bei dir? Ja, links von mir, aber ich kann nicht... Ah, hier unten ist der, warte, ich hole den. So, Achtung, von der anderen Seite habe ich... Der links, der links, der links... Oh, rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. Der stirbt nicht. Jetzt, der tot. Einer lebt hier noch links unten irgendwo. Okay, jetzt zusammen, zusammen. Fucker da hinten schießt, der schießt auf mich. Bin durchgelaufen. Wo schießt er auf dich? Ja, schon vorbei. Okay, 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 komm jetzt auch mal viele von rechts. Ich schießt auf Stani. Bro, die sind echt, also... Aber wir schaffen, die arbeiten uns gerade durch. Weiter so, immer ruhig, immer ruhig, jetzt nicht ungeduldig werden. Schwerf Molotov Cocktail auf die. Okay, hab einen erwischt. Stark, Jungs, sehr gut, sehr gut. Langsam weiter, langsam vorarbeiten. Nicht ungeduldig werden. Achtung, Schüsse auf uns, Schüsse, Schüsse. Ja, ich hab fast gestorben, Digger. Das war knapp. Okay, habt ihr beiden down? Richtig. Fieger, der Ruhrn-Camper, Leute. Ich muss ja was. Wir müssen ja, lass außen rumlaufen, lass außen rumgehen. Was hier mit Stani? Das ist ein besserer Weg hier von außen. Fuck, Alter, hat der mir gut zugetragen. Zusammenachtungskurus bei dir zwei Leute, zwei Leute in der Ecke. Ich muss ja, ich bin da weggelaufen. Deine Pusch, deine Pusch. Komm, lass zu dem, lass zu dem, lass zu dem. Fuck, 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 fuck. Ich hab ihn weggeschossen. Survives Kuros. Hab den anderen, hab den anderen, hab den anderen. Ja, gut, wir gönnen jetzt erstmal Snacks. Ja, erstmal Snacks gönnen. Zwei Leute unten noch. Das dauert so lange hier. Man muss hier echt krass fokussiert sein. Wenn man hier schläft, dann ist es vorbei. Ja, diese Snacks, das dauert so lange. Oh, Leute. Oh mein Gott. Hier unten scheinbar noch einer, Philipp, Achtung. Hier sind noch sehr viele hier. Ich bin gerade ein bisschen unter Feuer. Komm, 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 komm. Ich versuche auch. Ich versuche auch vorne schon, wir kommen. Komm, komm mal außen lang, Julius, außen lang, Julius. Frau Support, drei Leute, ich bin unter Feuer. Außen lang, noch Julius. Da liegt aber die Karte, wir müssen, okay, 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 machen wir gleich dann halt. Ey, wer schießt denn auf mich? Das dauert zu lange, meine ganzen Ego-Chase ist nicht. Jetzt muss ich mich auch verbringen. Bleib liegen, Junge. Okay, noch einer weg. Pass auch, ihr Jungs, jetzt keiner scheitern. Komm, komm. Ich muss das Snacks machen, Snacks machen. Der Panther hier tritt richtig durch, ich hab dir gehört. Ja, die Campener, die Idioten. Da kommen neue Leute, Achtung. Ich bin mit dir, Stani. Stark, stark, stark. Das ist gut, bei dir bist du noch viele. Stani, lass das kurz. Ja, ich komm mal, ich geh rum. Wir sind unter mir, wir sind unter mir. Sie sind bei der Schlüsselkarte quasi. Wir müssen auch noch welch sein. Schauen wir hier auch ein Dächer oder so? Oh mein Gott, bei mir. Ich stehe mies unter Feuer, Jungs, drei Leute. Boah, hier keine Munition mehr. Du, ich krieg keine Muni mehr, ihr? Max, bist du down? Nee, nee, alles gut. Ich muss... Oh Gott, der Kammer One-Shot, Alter. Was war das denn? Bist du tot? Ja, ich komm mal noch mal neustach. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Stani, bei dir kommt noch einer von hinten, pass auf. Okay. Ich gucke hier bei Philips, so zu in Ego-Perspektive, passt schon. Ey, wir müssen echt auch Munition auch ein bisschen achten, ne? Ja. Okay, hier über rechts, über rechts, hier, die lange gerade, kommen die entlang bei mir. Der ist nur noch da. Zwei Leute, zwei Leute bei Philips. Ja, äh... Da hinten ist noch eine, noch eine weiter links. Ja, die kommen unendlich, Digga, die kommen unendlich. Sicher? Ja. Du lebst links und rechts. Die kommen unendlich immer drei Stück, Digga, da müssen wir vorgehen. Da kommen immer drei Stück. Ne, guck, bei ihm sind noch zwei. Stimmt, ja. Hey, siehst du, da ist wieder einer gespawnt, hast du gesehen? Ah, ja, okay. Ah, ja, ich hab's vergessen. Und rechts, Digga. Ja, lass die Mission nochmal verlassen. Das wussten wir nicht. Ey, ich werde jetzt meine Vorbereitungsmission machen, ob was ihr macht, ist mir wurscht, Digga. Ich, äh, geh da so nicht rein. Ey, wir haben es auch fast geschafft gehabt. Naja, aber das, ich glaube, wir brauchen echt mehr Vorbereitungsmissionen. Das, guck mal, allein die Waffen, die wir haben, Bro. Oh nein, wir haben keine Panzerung. Wir haben das fast schon geschafft gehabt, Bro. Wir haben keine Panzerung, keine Snacks jetzt schon mehr gehabt. Wir hätten noch abhauen müssen und alles. Hä? Ja, aber Leute, ich glaube, dann werde ich, äh, 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 jetzt hier an der Stelle beenden. Und, äh, sollen wir dann morgen nochmal richtig das Finale machen? Oder wie, wie sieht's aus bei euch? Jungs? Egal. Ich kann das jetzt auch fertig machen. Soll ich morgen machen, mir ist das egal. Ich hab halt Max-Kann-Wust mehr. Dann bringt's doch eigentlich nicht viel, wenn man weitermachen kann. Also ich würde jetzt, äh, was essen, deswegen. Wie sieht's aus? Wenn ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch die, die Vorbereitung weitermachen oder so? Jaja, gut, 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 ja. Und sollen wir dann das Finale nochmal zusammen machen? Oder wie machen wir's? Ja, dann... Das Finale machen wir auf jeden Fall zusammen. Jajajaja. Dann lass, dann lass einfach alles morgen machen. Ich, ich, ich hab dir gesagt, lass morgen alles noch den kompletten Feindschliff, weißt du? Ähm. Ja, ich dachte, wir machen heute das Finale, deswegen, weißt du? Na, ich glaub, das ist halt jetzt noch eine längere Sache, wenn wir jetzt noch Vorbereitungsmissionen wieder machen müssen, weißt du? Wir machen das morgen, wir machen morgen die Ruhe. Ja, okay. Okay, easy. Okay, dann hau rein, guten Hunger, Max. Okay, ich geh auch schon aus Disco draus. Hau rein, cool, ciao. Ja, schade, Leute, ich hätt eigentlich gerne noch gezockt, sag ich euch ehrlich, ne? Hm. Aber ich hab gesagt, Ausrüstungsmissionen fertig machen. Ja? Aber nee. Ja, ich hätt jetzt auch gerne fertig gemacht, sag ich ehrlich, ja? Ja, ich weiß auch nicht, warum die keinen Bock haben, ja? Ja, scheiße, Alter. Auf It's Asi TV hat er ein neues Video hochgeladen, oder was? Nein, werden wir uns das mal angucken. Ach, scheiße. Alleine mehr Geld. Ja, aber ich will jetzt auch nicht... Ja, ich würd's machen, aber das ist ja scheiße auch für die anderen, so, weißt du? Machen wir morgen dann auf jeden Fall, Leute. Ja, ist ein bisschen schade, ich weiß, ja. Aber ich find echt so die Missionen ganz nice. Aber es war ja auch irgendwie abzusehen, dass das nicht so einfach wird, irgendwie. Wann kommt Phasmophobia? Ich weiß nicht, bestimmt irgendwann. Nee, alleine ist es mies. Allein hätt ich jetzt auch... Also, alleine hätt ich jetzt auch keinen Bock drauf. So ein Team hätt ich's geil gefunden, aber... Ja, ich dachte, heute auch Finale, also... Ihr seid ja nicht alleine. Aber es ist doch geil, dass die Mission ein bisschen anspruchsvoller ist, Leute, oder nicht? Also, ich find die... Ich find's nice. Dass die anspruchsvoll ist. So, was ist denn jetzt hier mit dem Dings los? PC spinnt. GG. So, Leute, würdest du eher... Junge, gar keinen Bock auf Jobcenter, Mann, reicht doch, Mann. Boah, was ist denn... Boah, wann nehmt die mich dran, Mann? Ist also zu früh. Ja, endlich. Amunagruim... Landes... Boah... Junge, gar keinen Bock auf Jobcenter, Mann, reicht doch, Mann. Boah, wann nehmt die mich dran, Mann? Ist also zu früh. Ja, endlich. Jobcenter. Amunagruim... Landes bin ich? Lüge. So, hallo, ich will gerne... Du willst einen Job? Geh weiter und beantworte die Fragen. Dafür kriegst du genug Parto für einen Benz-Amunagruim. Ehrlich? Alter, okay, okay. Jobcenter, Jobcenter, ich bleib immer arbeitslos. Och, nö, nicht schon wieder, Mann. Bro. Okay, ich fang an. Würdest du eher Corona kriegen oder 30 Tage Durchfall? Boah, yo, Bruder. Ich sag euch ehrlich, ey, äh, Corona, ne? Durchfall. Die Medien, die machen mich krank. Ich krieg Angst vor Corona selber, Bruder, Wallah. Geh mal weg mit dieser Corona, Bruder, Wallah. Direkt Durchfall, 30 Tage, Wallah. Ich bin 3 Tage Durchfall, allah. Okay, nächste. Würdest du eher Silvester feiern trotz Corona? Oder Silvester zu Hause bleiben? Ey, guck mal. Ich bin so einer, Bruder, ich muss Silvester feiern. Das bockt einfach. Kennt ihr das, wenn fast Silvester anfängt? Ihr geht diese YouTube, ihr guckt so diese Videos an, wo so Leute, die sagen so... Ach, Bro, ich sag euch ganz ehrlich, mir ist das egal, Silvester. Also, ich bleib einfach zu Hause auf, entspannt. Ey, heute testen wir den Böller an, so. Und dann die werfen so diese Böller. Wallah. Ey, Silvester muss sein. Ich kann nicht anders, Bruder. Selbst wenn Weltunter geht, Bruder, ich zock, ich gehe trotzdem Silvester feiern. Bruh. Würdest du eher Madeira umziehen? Oder Dubai umziehen? Boah, schwieriges Thema. Bei Madeira ist das Problem, das ist eine Insel, Bruder, das sieht aus wie GTA 5 Map-Armorgen. Wallah, wenn da einmal so ein Tsunami kommt, ich bin tot. Ja, das meine ich. Weil Dubai ist aber zu heiß, Bruder. 40 Grad, 50 Grad, wo lebst du, Bruder? Bin ich in einen Ofen, oder was? Bin ich in einen Ofen? Also, ich finde Dubai sogar ein bisschen geiler als Madeira, würde ich sagen. Aber ich sage euch ehrlich, Abo, dann nimmst du Klimaanlage, dann bist du chillst du zu Hause mit Dubai. Würdest du eher Manuelsen chillen? Drei Backpfeifen. Oder PA Sports chillen? Bruder, ich glaube, ich würde eher mit Manuelsen chillen. Ja, Manuelsen ist chillig, Digga. Ich glaube, ich würde auch mit Manuelsen lieber chillen. Also, ich kenne halt, ich habe halt PA Sports gar nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Weil der so, keine Ahnung. Aber Manuelsen Interviews, die sind einfach legendary. Ich finde den lustig, Bruder. Der ist lustig, ja? Würdest du eher erwachsen sein oder Kind sein? Hört mir auf mit diesen Filmen, Bruder. Ich will Kind sein. Kind sein, Beste. Keine Lust auf so Papierkram, Wallah. Ich bin immer noch Kind. Wie schön das Leben war, Bruder. Kindergarten, was? Das Kindergarten, nein. Würdest du eher zocken oder aufhören für 20 Millionen? Oder natürlich würde ich... Ey, ganz ehrlich, mit Geld kann man nicht alles machen. Ich gehe ehrlich... Zockt, Geld! Hä? Ach nee, würdest du eher aufhören mit zocken oder... Bro, für 20 Millionen? Boah, schmeckt schon, ne? Da, aber dann nie wieder zocken, schwierig. Ich glaube, ich würde auch die 20 Mille nehmen, Digga. Die wären schon lecker. Würdest du eher Video gegen dich selber machen oder Video gegen deinen besten Freund? Spaß! Wallah, ich wollte gerade sagen, was eine ehrenlose Rolle ist. Ich würde Video eher gegen Max machen. Bro, den nicht in so. Würdest du eher Symex Freundin Yoga machen oder Bikins Freundin Yoga machen? Bikin! Bruder, du hast Freundin, ich habe es gesehen. Ich kenne beide nicht. Ah ja, Symex Freundin. Bruder, Symex, ihr habt doch ein Yoga-Video hochgeladen, Bruder. Der ist schlau. Überlegt mal. Ihr wisst ja, warum der diese extra diese Yoga macht. Weil der hat auch einen Bruder. Überlegt mal, weißt du warum? Du weißt warum. Du weißt, wo die Leute hingucken. Verdammt. Lüge. Würdest du eher Geld haben oder Liebe haben? Oh. Geld. Geld. Was bringt es mir, Geld zu haben? Nimm Geld! Wenn ich keinen habe, um es mit ihm auszugeben. Was bringt mir das ganze Geld? Das Geld bringt mir nichts. Liebe ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Aber nein, ich war es mir selten. Bruder, diese ganzen Schauspieler, Bruder, die haben Selbstmord gemacht, aber die hatten auch richtig viel Geld. Da merkt man, manchmal ist Liebe doch besser. Geld kann man sich doch alles kaufen, Digga. Nein! Nein, Spaß, wirklich, nein. Lüge. Würdest du eher nie wieder Seiten auf Null? Schade, dass er lügt. Überall Pickel im Gesicht. Bruder, wie bei die Lochis. Kennt ihr noch die Lochis, Bruder, wo der eine immer Pickel an dem Gesicht hatte? Egal, ich mache mir Zopf an meiner Räume. Ich mache da irgendwas. Pickel, geh mal weg, Bruder. Ja, Pickel ist scheiße. Würdest du eher zwei Jahre Maskenpflicht oder 3000 Euro zahlen? Oh. 3000 Euro, safe, safe, safe. Ich würde 3000 Euro zahlen. Auf einmal Maske an Sie, Mann. Ich ziehe Maske an. Bruder, wenn deine Maske einmal ganz kurz ab ist oder so. Man fühlt sich kriminell, aber man kriegt Angst. Würdest du eher niemals eine Frau haben? Oder eine Frau mit 30 Kindern? Oh, oh. Oh, oh, Bruder, 30 Kinder. Ich schwöre, mein Ding, ich würde ein... Nee, das wäre mir zu viel, Leute. 30 Kinder. Oh, mein Gott. Aber überlegt mal. Bruder, wenn ihr 30 Kinder habt, die werden ja irgendwann groß. Bruder, ihr könnt richtig Großfamilie werden. Ihr seid so... Remmo, ihr Salami. Remmo, alter der Remmo. Boah, das wäre schon krass. Überlegt mal. Oh, wo bin ich? Alter. Oh. Jawohl, was habe ich gewonnen? Ah. Nee, das war gleich noch nicht gemacht. Geiles Video, Leute. Check its Asi TV aus. Geiles Video. Nice. Ey, ich bin auch wirklich ein bisschen müde heute. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin einfach dieses Armstream gar nicht mehr gewöhnt, Leute. Leute, morgen gibt's Finale. Wir machen morgen das Finale. Die letzten paar Missionen noch. Die letzte Mission. Ich bin gespannt, ob wir es morgen schaffen, Leute. Ich hoffe, euch hat der Stream trotzdem gefallen. Ich werde jetzt mich ins Bett hauen. Ich werde jetzt noch was essen und dann haue ich mich ins Bett, Leute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut. Morgen 18 Uhr. Seid ihr gefälligst am Start. und dann geht hier die Post ab. Habt ihr mich verstanden? Okay? Morgen wird nice. Hoffentlich morgen mit Brocks. Ja, dann sind wir zu viert. Leute, das war's gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Kurzer Stream heute. Aber trotzdem nice, das Stream. Hat trotzdem Bock gemacht. Äh. Leute, das war's. Schlaf gut. Bis morgen in alter Frische. Bleibt gesund. Tschüss.